ASELEMU ALIKUM! Stimmt, Rakeem war heute online. Sagt man, hat er seine Stimme damit zerstellt gehabt oder so? Er hat sich irgendwie fast genauso wie damals da gehört. Oder, keine Ahnung, ich hab mit Rakeem nix mehr zu tun. Weiß nicht, was der da macht. PEANUTSCHMOLCH! Seh dich aber mal an Rakeem Redemption zwar online, hatten wir ja vorgehabt, aber... Laut Jamar sind die Sachen immer noch alle verpackten. Du kannst die Mission nicht starten. Blablabla. Es ist nur gay. Warum musst du schuld sein? Dodo, danke für den Primem vierten. Musste ich jetzt zwei Tage warten, wo die hätte das aber schon fast Pinsel gegeben. Auch viele weitere Monate mit dir. Oha, Stich in mein Herz, wenn ihr Pinsel eure Subs gibt. Blöder Anhängsel, wo ist der Affe? Das ist nur... Einfach so GTA-Rennen. Ach, Bruder, alles love it und danke für die Primem vierten. Du alten Rustspieler, du. Okay, läuft gut. Mikasa, das war aber mal total buggy. Aber ich will jetzt nicht sagen, jo, könnt mal machen. Das sind absolute Dings-Spiele dann. 9.05. Keine Sau rufen mich an. Keiner hat mich lieb. Das Baumenü macht süchtig hin, Russ. Ich hab gesehen, du zackst die ganze Zeit. Und Bauligs, danke für den Prime 8. Monat. Komm, wo Twiggy? Ja, was ist? Hi. Ja, hallo. Wie geht's? Wie soll's mir gehen? Super. Machst du Sport? Ja. Bist du oben? Ja. Warum macht mich das an? Es wird wieder geschüttelt. Hast du mein Überraschungsgeschenk gesehen? Und die Tankstelle wegbockt. Welches Geschenk? Ja, von Oji Toz, die Zahnbürste. Hab ich dir doch hingelegt. Ja, klar hab ich die gefunden. Du sag mal Speckbecki an. Ja. Was sind denn das für Schlüssel bei uns im Punkt, liebe? Weiß ich nicht. Ich muss den Pinsel fragen. Ich hab keinen Schlüssel weggeworfen. Hey, guck da rein. Und auf einer Seite, ich weiß nicht, wer da irgendwie sein Schrott losgeworden ist. Aber, ne? Vielleicht war Pinsel wieder Clown. Ich hab auch gut, guck. Du hast denn keinen uns in der Auto. So eine Tür passt das auch nicht. Na, der Pinsel hat die bestimmt irgendwo geklaut wieder. Der Typ. Warum? Guck mal, ich hab dir jetzt alles von Oji Toz dir besorgt, ne? Ja. Hast du mich jetzt lieb oder behandeltst du mich immer noch wie ein Köter? Soll ich dich mal wirklich wie ein Köter behandeln? Nein. Dann komm mal bei Fuß, mein Junge. Ich bin schon nur auf dem Weg. Aber nicht deswegen, weil ich will dahin. Nicht, weil du mich rufst. Natürlich. Was willst du denn hier? Sag mal. Ja. Sag mal. Hey, du passt ja wieder in die alte Dienfose rein. Ja. Und die Tankstelle wegboxen. Warum willst du die Tankstelle wegboxen? Weil ich mir die Sicht, was ihr habt. Ich finde die gut. Da kann man Donuts kaufen. Ja. Aber wenn ich ja da gegenüber von unserem Haus wäre, das wäre super. Wird dir nicht schwindelig, wenn du so atmest? Entschuldigung. Entschuldigung. Und wegboxen. Weißt du, die Welt geschwindelig, wenn du wirklich das mitmachst? Na, ich muss keinen Sport machen. Hi. Und? Ja, was? Du bist ganz schön am Schwitzen, ne? Ja. Ach, komm. So Fritteuse, du. Erst mal Pause. Mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Ich muss. Mach das besser nicht. Ich muss das machen. Das ist meine neue Art, Pause zu machen, wie mein Coach sagt. Ja, aber wir haben doch jetzt so lange ein Bellen geschenkt. Ich bin mein ganzes Körper. Nicht pupsen. Ja, David Svedoni, Alter. Was hast du gegessen? Ich bin fertig, Alter. Warum? Das riecht komisch. Doch, ich riecht komisch. Stimmt gar nicht. Ich muss shoppen. Wie shoppen. Ich will shoppen. Weißt du was? Absteh, das schon erzählt letztens? Warten. Der Typ vom Staatsanwaltschaft hat angerufen. Oh, ist das, ist das, ist das. Warte, ich hab den eingespeichert unter Wer bist du, aber der geht nicht ran. Warte, sag mal die Nummer mal. Ich weiß nicht nur, unter wen ich den eingespeichert hab. Wo ist er da, wer bist du? Du bist ein Ferkel. Du bist ein Ferkel. Du ziehst eine Dampfwölk hinter dir. Ich hatte ein Burrito zum Mittag. Ja, nicht nur ein. Du hast das ganze Tablett gegessen. Und mir hast du nix übrig gelassen. Ach komm. Ja, ich kann wieder Scheibenkäse fristen aus dem Kühlschrank. Trinkie, wir müssen heute mal arbeiten, ne? Sonst fahre ich die Chef und zwei. Oh, sagst du mir? Ja. Oh, warte, was kommt denn noch mal immer, wenn ich sage, hey, wir sollten arbeiten gehen. Oh, nee, Quinky, ich hab keinen Süß- und Vater. Und dann kommt der andere hier, der Pinsel. Oh, nee, arbeiten. Und dann du wieder. Ja, lass doch irgendwas Spaßiges machen. Und so weiter. Das stimmt ja wohl so nicht. Das stimmt ja wohl voll. Das stimmt ja so wohl nicht. Ach komm, mach komm. Nee, ach komm selber. Nee, komm, mach komm. Hör auf, frech zu sein, immer zu mir. Ich bin frech. Ich schlag dich bald. Jetzt reiß dich mal zusammen, mein Guter. Reiß du dich mal im Rieben. Nee, nee, nee. Das stimmt ja so wohl gar nicht. Nee, nee. Geht's auch mal gut. Auf jeden Fall müssen wir arbeiten, sonst folgt uns sage Peter. Ja. Das ist schon lange nicht mehr. Im und wegs. Doch, ich wollt ja. Also, an mir lag es jetzt nie. Nein, mir auch nicht. Pinsel schuld. Komm, wir gucken mal in sein Auto. Es ist bestimmt wieder Sachen geklaut. Ja, was sagst du Scheiße, Alter. Guck mal in sein Koffer rum. Oh Gott. Da, sind dann schon. Oh Gott. Das sieht ja besser aus als in unserem Kühlschrank. Oh Gott, ich muss nur die tun dann. Was ist denn eigentlich mit deinem Vogel passiert? Der ist nämlich gar nicht mehr zu Hause. Wer ist nicht mehr zu Hause? Dein Vogel, dein Papa-Ei. Ja, stimmt. Da müssen wir noch mit dem Juri reden. Ist der weggeflogen? Wir müssen halt noch mit dem Juri reden. Warum? Na, dass ich einen neuen kriege. Warum? Wo ist denn der alte hin? Ja, wir müssen halt noch mit dem Juri reden. Kannst du jetzt einen? Ja, aber wo ist der alte Papagei hin? Oh Mann, ist das denn wichtig? Ja. Ist der weggeflogen? Der ist einfach weggeflogen. Und hat nur einen Flügel von sich dagelassen. Zu Glück, der mit der Unterschrift. Aber der ist vom Vogel einfach. Kannst du mir auch erklären, wie der Vogel mit einem Flügel nur wegfliegen soll? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es ist der Vogel. Ich hab keine Ahnung. Hachisch. Oh, besser mein Mädchen. Oh, da ist er, die Nicke. 15 Kilo wiegst du schon nach Schisch Komm her, Papa, halt essen Und du musst kauen, nicht wilde so schlängen Boah, wir brauchen bald ein größeres Becken Papa geht jetzt arbeiten, damit ich weiter Burger kaufen kann Na, Herr Schisch? Ja, aber Oh mein Gott, zieh mich ja nicht ins Becken Tschüss, Herr Schisch, bis später Hast du gesehen, wie dick der geworden ist? Ja Oh, wirklich? Ja, 15 Kilo wiegt der schon Also, kommen wir noch mal zurück auf den Vogel Wir werden nicht darüber reden, das ist viel zu früh Warum hast du nur seinen Flügel eingeräumt? Weil das alles ist, was ich noch habe Dann besorgen wir den neuen Vogel Ja Ja, das klingt gut Aber du lässt die Finger von Herr Schisch Nicht, dass der auch nur wegfliegt Der kann nicht fliegen, das ist ein Frasch Doch Frische können auch fliegen Nee, die hüpfen Ja, die kann wegflüpfen Ja, das kann ich aber nicht fliegen Nee, kann der nicht mehr Das wäre illegal Ach, ich kann ja kaum noch laufen, der ist so dick Na, vielleicht solltest du auch für einen Burger zu geben Nö, Herr Schisch mein Burger Dieses Jahr bring ich den noch auf 20 Kilo Pass auf, sonst platzt der Nein, der platzt nicht Ich creme seine Haut mal ein mit so Babycreme Schwangerschaftsgräben Was machst du? Was ist das denn für ein Vollidiot hier? Guck dir den mal an Das machen du Der hat Papa in seinem Auto geklebt Das ist unheuerlich Wir müssen tanken Das müssen wir Ich würde ja tanken, wenn ich Geld hätte Ja, du kriegst ja schon ein Tauschen Geld Wir haben gesagt, ich muss mein Geld nicht mehr abgeben Ich bin schon lange kein Glücksspielsüchtig mehr Ach ja? Ja? Wie lange hast du die Finger davon jetzt schon gehalten? Seitdem du das letzte Mal zu Ärger gemacht hast Das letzte Mal, wo ich Ärger gemacht habe Genau Das ist gar nicht so lange her Doch das ist locker schon drei Wochen her Nein, ich mache immer Ärger Ja Ja, aber das war das letzte Mal Oh, das letzte Mal, dass ich Ärger über dein Glücksspiel gemacht habe Ja, wo ich das auch getan habe Ach so, sag das doch Ja Kann ich ein bisschen Geld wieder haben? Von meinem Geld, bitte, alles Was für ein Geld? Ja, was ich dir geben musste immer Weißt du noch, wie viel das war? Nee Aber ne Menge Ne Menge also Ja, ne Menge Ja Ich hoffe, dass du gerade am Rechnen bist, so still wie du bist Nee, alles gut, ich gebe dir gleich dein Geld Ich mache einfach Hälfte, Hälfte Wie viel hast du noch? Ja, muss ich gucken Hä, du verweiltest unsere Finanzen und musst doch wissen, wie viel Geld wir haben Ja, hab ich mein Geldtagebuch jetzt bei mir oder was? Ja, hast du sonst immer dabei Ja, jetzt immer nicht Dein Weight Watchers Punktesystembuch hast du auch immer bei Jetzt hör bitte auf damit Und du hast nur einen Punkt drin Das ist nicht wahr Ist wohl wahr So darf man nicht parken So darf man nicht parken, Twinkie So darf man aber nicht parken So darf man nicht parken, Twinkie Man bekommt wieder Ärger vom Dieter Du darfst so nicht parken Du darfst so nicht parken, Twinkie Ja Warum parkst du denn so? So, mein Guter Bist du bereit, dein Geld zu bekommen? Ja Bitte Ja, ja, beruhig dich So Du siehst so süß aus, ne? Bitte schön Oh Wie viele sind da drin im Umschlag? Genug Boah, sei nicht so zickig Oh Gott Du siehst so süß aus, wenn du neben mir liegst Ein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst Oh wirklich? Das hab ich selbst geschrieben, der Song heißt Twinkie Ich bin, ich bin Puh Shido Okay, so, dann wollen wir mal tanken Tanken, ja Soll ich tanken? Ja, klar Weil du tankst sonst wieder Diesel Boah, hör auf mich nack zu essen Ach komm Weißt du, du bist immer gemein zu mir Du hast mich mal geliebt Ich, 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 ich lieb dich immer noch Ehrlich? Niemand hat diese schönen Speck mit dir Bei keinem kannst du im Nacken Geld abholen, außer bei mir So wie du Ja Willst du raten? Und niemand hat diesen besonderen Eigengeruch Ich riech wie ein Gurkenglas Und ich weiß, dass du da stehst Oh ja Nimmst du wieder den Ball im Mund und holst du Peitsche, oh? Ich hab Angst davor, ne? Mit deinen komischen Neue, neue Geschichten da im Bett immer mit deinem Leder und so Letztes Mal hab ich gedacht, ich muss mit Batman schlafen Ja, wie? Ich dachte, wir wären so bereit für den nächsten Schritt Ach so Und was sollte das mit der Ziege? Das war der nächste weitergebrillt Hast du mit Ziege mit nach Hause gebracht? Du kranke Schwein Weißt du, es geht irgendwann darum, weiterzugehen Ja, aber nicht alle fünf Minuten Ja, wirklich Das geht doch nicht Ach komm Das war doch, das war doch, das war doch besonders Weißt du, noch hier in dem Hotel haben wir mal gewohnt? Ja, richtig Oh, hier ist ja wieder Hier geht aber die Post ab Lass ihn nicht zu Sollen wir zu Kuchen essen? Oh, wie? Warum denn Kuchen essen? Ich hab auch keinen Lust auf Kuchen Ich mach den Laden nicht Da sind die Kollegen Ich ruf ihn mal Chef an Ja Wir haben übrigens Fotoshooting gemacht, ne? Und du warst nicht mit auf dem Bild Was denn für ein Fotoshooting? Fürs Taxiunternehmen Ach, zum Glück bin ich nicht mit auf dem Bild Warum? Ach komm, wenn dann die ganzen Leute das sehen Dann verlieben die sich alle Und, ach Gott, ey, nee, nee, bloß nicht Ich kann nichts erfüllen, dass du hübsch bist Ja, wie du Ich will mal Leitstelle einten Wieso denn du? Ich hübsch bin Ja, ich auch Ich bin... Moin, Meister, was geht? As-salamu alikum Ja Hallo, hallo, hallo Ja, sehr gut Dann bekommt ihr den nächsten Aua 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 Und du kannst in einer halben Stunde, wenn du willst, die Leitstelle nehmen Aua Okay Okay Oh, danke Tschüss, Jan Tschüss, Janne, Paa Du darfst so nicht parken Ja, wie? Du kannst doch nicht in das Auto rein fahren, so Das war da vorher noch nicht Weißt du, du machst nur Quatsch Immer Quatsch Ich mach nur Quatsch Ja, du machst nur Quatsch Wo mach ich denn nur Quatsch? Du bist... Du machst alles kaputt immer Ne Doch Pass auf, das ist eine Tür, nicht, dass sie raustritt Wieso raustreten? Nicht, dass du die Tür kaputt machst Ach, mach ich jetzt immer alles kaputt, oder wie? Nein Fährst du, oder soll ich fahren? Du fährst Dann trag du uns ein Bitte Oh, Mori Wir nehmen Cup 2 Cup 2 Cup 2, hast du gehört, Twinkie? Bei diesem Lenden werde ich verrückt Diese Keule Komm, du kannst es doch gar nicht so gut mit den PCs Doch, ich krieg das hin Nein, du hast alles voller Viren auf deinen Läppi Aber, da kann ich nichts wieder Doch Du gehst nämlich immer auf die komischen Seiten Was kann ich denn da? Ich krieg diese links immer geschickt Ja, ja, links immer geschickt Hm, warte, ich muss Taxometer Und dann auch diese Machen sie Bekanntschaften in ihrer Nähe Und ich hab schon Lust darauf Bekanntschaften in meiner Nähe zu treffen Twinkie Taxometer geht nicht Ja, wie, das geht nicht Ja, geht nicht bei mir Mein Handy Geht bei dir? Lass mich mal gucken, Eben Moment, Moment, Moment Boah, ist das eine Scheiße hier Boah, ist das eine Scheiße hier Ja, dann rechnest du ab und ich fahr, okay? Ja, geht Aber bei mir geht nicht Was gibt's, Dayday? Möchtest du dir hochhelfen? Sportlich bist du geworden, ne? Ja. Der Sportcoach ist auch eine echte Kanone. Der weiß, wie man mich antreibt. Wer ist eine Kanone? Na, der Sportcoach. Was für ein Sportcoach? Na, den ich mir geangelt habe. Von dieser Internetseite, auf der ich war. Ich will kein Geld ausgeben für einen Sportcoach. Ja, ich gebe dir auch Geld dafür aus. Ja, mein Geld. Mein Geld, ja, weil alles immer dein Geld ist. Unser. Jetzt müssen wir mit so einem Scheiß-Auto fahren. Wir können gleich Schleitstelle übernehmen. Okay. Warte noch mal kurz, Twinkie. Hm. Banzai. Welches war unser Taxi mit dem Felgen, Alter? Komm, du Scheiße. Ich glaube, der hat heute vier oder so. Oder das Einser. Mann, jetzt habe ich nicht... Ich glaube, vier oder eins war das. Ich glaube, vier oder eins war das. Ja. Ja. Und daylight in your eyes. In your eyes. Hihi. Ja, I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight on the brighter. I wanna be daylight. Oh, hallo, Speckchen. Du singst voll gut. Und? Wir sollten dich mal bei Famous Shaman melken. Was ist das denn? Das ist so eine Talentshow. Aber findest du hier Talentshow? Ja. Kannst du nicht mehr Lieder singen? Natürlich. Was denn so? Ähm, ja, keine Ahnung. Was willst du hören? Kannst du Lose Yourself von M&M? Oh, nee. Nicht aus dem Kopf. Kannst du Jenny from the Block? Jenny from the Block? Ich höre nur Mila from the Block. Wer ist denn das? Das ist so ein Secret-Song von O.G. Toasty. Den sie mal hochgeladen hat. Wo? Hm? Wo hat die den hochgeladen? Das ist so geheim, dass du für die exklusivsten Fan bist. Hey, du Sonntagsfahrer! Und ich bin ein sehr exklusiver Fan. Du hast ja eher T-Shirt, ne? Ne andere Handkarte. Und? Was will der Willenbrett? Will der uns anmucken wieder? Und? Ich dachte, O.G. Toasty hat mich angerufen, aber dann habe ich gesehen, ah, nee. Ich habe versucht, sie anzurufen. Aber Pinsel ist echt ihr bester Freund jetzt, ne? Das glaube ich erst, wenn ich das gesehen habe. Ja, aber doch, ich habe es gehört. Fahren wir wo hin? Wo kriegen wir Kunden? Ich glaube, Leitstelle ruft uns eh nicht an. Twinkie? Ja? Kannst du die hier eine Pfanne rufen? Ja, was sage ich hier? Ja, die soll uns mal ein Kunde geben. Also die Leitstelle. Leitstelle anrufen. Geht nicht ran. Bist du besetzt? Ja. Haben wir überhaupt einen Taxi-Stand außer dem Dings-Stadtpark? Gute Frage. Ich glaube nicht. Oh, Taxi. Hallo? Ja? Also zwischen 844 und 842. Nein, ich habe keine Karte. 844 und 842. Sonst habe ich es gleich vergessen. Ich weiß nicht, wo das ist. Da ist ein rotes Haus und da steht ein Mann. Ja, aber ich weiß nicht, wo wir überhaupt keinen. Twinkie, hast du so eine Postkarte? Ähm, boah. Was ist es denn? Sag nochmal die Zahl. 844 und 842. Da ist ein rotes Haus und da steht der Mann. 844, 842. Und was ist deine Nähe? Weil ich habe die Karte nicht. Ja, ich habe auch nicht die Karte. Äh, ich schicke dir die mal per E-Mail. Bei Bluetooth geht es ja gerade schlecht. Was für eine E-Mail? Ich weiß meine E-Mail-Adresse nicht. Hallo? Hallo? Da. Ich weiß, deine E-Mail steht bei uns im Verteiler. Da. Guck. Kann ja gar nicht. Guck doch mal, ob du die bekommen hast. Ja, und was? Ja. Gut. Wie war der Code? Am besten abspeichern. 844 und 842. 844? Und 842. Rotes Haus. Was soll das sein? Ich finde auch keiner. Aber wie wir. Was soll... Der muss doch der sagen, das ist in der Westside oder so. Nein, das war ein alter Mann. Ich war froh, dass der, ne, nicht gestorben ist beim Telefon. 844. 844. Das ist ja ganz oben. Zandyschor. 844. Ja, genau. 844, 842. Das ist aber nur 844. Habe ich schon erzählt, dass es ein rotes Haus ist? Ja, okay, ich weiß, ich weiß. Okay, ihr macht das schon, ne? Auch dazwischen. Das ist innen. Oh Mann, das muss einem doch gesagt werden. Ja, das muss einem doch nur gesagt werden. Das ist da oben. Das ist ein alter Mann. Da musst du dich ran machen, dann speckleisch, Trinkie. Ja, wie? Ja, so ein bisschen. Du flirtest eh mit jemandem. So kannst du mit dem flirten. Auch ich flirte mit jedem. Nein, nur mit den Kunden. Für Trinkgeld immer. Das tue ich auch nicht. Ich sage einfach nur, es flirte. Ja, aber das ist ja schon fast flirten. Du bist ja ein Dominanter, bist du. Ja, ich habe die immer dabei. Und dein Schafbaby. Zum Glück verstehen nur wir das. Unsere Keimsprache. Oh ja. Hör jetzt auf. Geht nicht, wir sind am Arbeiten. Ja, wie? Ja, das riecht nachher wieder im Taxi nach Pups. Ja, was wird dann? Du kannst, ganz schön lange. Oh ja, dann pass mal auf. Kombo. Das stinkt. Du bist ein Ferkel, Twinkie, ein Ferkel. Ich bin Ferkel? Ja, bist du. Nö. Doch, das... Bad, das stinkt. Ach komm, ich vermisse es auch nicht. Du bist innerlich am Verwesen. Das sagt ja der Richtige. Warum? Ich bin von innen schön wie eine Blume. Festhalten. Ich bin nicht so gut auf Ascheplatz. Okay, okay. Sei bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Oh Gott, sei bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Was auch? Ich kann nicht so gut auf Asche. Irgendwo hier ist ein alter Mann. Rotes Haus. Hier ist kein rotes Haus. Doch da. Ist das ein rotes Haus? Ich würd schon sagen, oder? Ja, wo ist er denn? Weiß nicht. War bestimmt wieder so ein Scherz anruf. Oh, super. Hier ist ein rotes Haus. Boah, ist das eine dumme Scheiße. Das muss hier sein. Da vorne. Da vorne steht doch jemand. Hallo. 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 Ja. Ich dachte, ein älterer, ja. Rotes Haus. Hier ist es, ja. Ja. Hi. Hallo. Ich möchte gerne, ich glaub, zum Lost, ja, also Süd. Was? Ja, Lost Süd. Wo ist das? Der Motorradclub? Ja, genau. Beim Taxi? Ja, genau. Okidoki. Dankeschön. Das sind dann sechs Kilometer. Sind Sie ein bisschen nervös? Nein, warum? Weil Sie reden so. Sind Sie ein Mörder? Ähm, ein Mörder? Nein, nein, nein. Gut. Schneiden Sie sich bitte an. Oh, ok. Soll schnell fahren oder langsam? Ähm, so dass ich in Haie ganze Stücken ankomme. Also schnell, ok. Déjà vu! Auf geht's! Stop shit, kennen wir nicht! Auf geht's, auf geht's! Ich nehm Abkürzungen. Abkürzungen? Ja. Oh, ok. Festhalten! Oh, Gott! Déjà vu! Oh, mein Gott! Wir sind schneller, als Sie Hallo sagen können. Oh, mein Gott! Ja, vielleicht bete ich lieber. Vielleicht halten Sie die Klappe, damit er sich konzentrieren kann. Wir haben eben Abkürzungen. Kann man da vorne runter? Oh, mein Gott, das ist ein Stein. Oh, mein Gott! Wir werden sterben. Niemals! Zack, sind wir schön auf dem Highway. Nicht schlecht. Ich kenne mich aus. So, wie geht es Ihnen denn? Ähm, ja gut, und, äh, je nach. Haben Sie viel Geld? Ja, wundervoll. Viel Geld? Nein. Ja, trotzdem ist Trinkgeld Pflicht. Mhm. Wir sorgen ja auch für Ihre Sicherheit, ne? Ach so. Ja. Teamarbeit geht vor Sicherheit. Richtig. Unwesen mit Frau. Oh, mein Gott. Oh, das hast du gebraucht. Ja, ich bin ein bisschen müde gewesen. Oh, okay. Oh. Oh, deine Peitsche ist einfach so sexy. Oh, da fährt Frank sicherer. Wer fährt sicherer? Ja, Frank. Kann ich nicht, wer ist denn das? Bei uns arbeitet kein Frank. Jawohl. Nee. Jawohl, der hat mich mit der Limousine geholt. Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, doch. Wir fahren nämlich keine Limousinen. Jawohl. Aber nicht, um jemanden von A nach B zu fahren. Ja, doch. Aber nee. Hat er aber gemacht und mir den Job beim Kiez besorgt, ja? Was hat er für einen Job besorgt? Ja, ein Job beim Kiez. Ja, bei der Tanke, bei Tank bei Frank. Mein Freund Klauter im Moment, wissen Sie. Ja, darf er nicht. Wenn ich da bin, dann darf er das nicht. Was würdest du dagegen machen? Dann schmeiß ich den raus. Du wirst das gar nicht mitbekommen. Der ist ein Langfinger. Der ist so ein Langfinger. Der ist ein Profi-Tipp. Ja, aber wenn er lange Finger hat, dann sieht man das doch. Ach, ja, das möchte man meinen. Aber die sind auch recht dünn. Ach, genau. Das sagen bestimmt bei manchen Männern auch die Frauen so. Ach, nein. Da sind wir da. Ja. Okay. Wer, 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 wer? Trink die verrechnen da. Ach so, ja, dann. Hey, mach die Tür zu. So. Krass. Pass auf, das alles macht 2.585 Dollar. Allerdings, wie gesagt, das Trinkgeld hat Pflicht bei uns. Was ist denn mit der Kutte noch? Ach so, das ist Pflicht. Ja. Oh, okay. Ja, dann. Äh. 4.000. Oh, das klingt doch super. Vielen Dank. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Also, Sie haben doch gar gesagt, das ist Pflicht. Ach, seien Sie doch ruhig. Einen schönen Abend noch. Und an Ihrer Stelle würde ich hier nicht die Motorräder umtreten, da kriegen Sie nämlich Ärger. Genau, dann sind Sie viel Ärger. Da kriegen Sie richtig viel Ärger. Ah, hallo. Und klauen Sie hier nicht schon wieder. Ja. Ich hab gerade mit meinen Tönen zu kriegen, ging genau so. So ein Arschpenner. Aber der hat viel Trinkgeld gegeben, ne? Was heißt, oh nein? Aua? Trinkie? Oh nein. Why? Krone, danke schön für den Prime-Suppel und herzlich willkommen. Und Danzel, danke für den 22. Monat. Und Eric, Sie, danke schön für den 27. Und Juri, danke für den Resub im siebten Monat. Erstmal Sie Resub für neue Tinkerpätschen. Ja, Junge, kein Thema. Die fetten Heizen. Ach, Bruder, hör auf, was zu sagen. Und Nextation, danke schön für den 20. Stufe 2 sogar. Merci. Und Leranta, danke für den 6. Und Bova, danke schön für den Prime-Zeenten. Jetzt ist es sogar zweistellig. Baba, uh. Du hast den Zwinker-Smiley vergessen, Bruder. Und LastSlayer, danke für den Prime-Zwölften. Und Unicorn Hunter, danke für den Wizard im 23. Und Mariska, danke für den Wizard im Zweiten. Mit Hyprass. Und Hannes, danke schön für den Prime-Zwölzend. Und Bauligs, danke für den Prime-Achten. Und Slavik halten wir schon. Trotzdem danke nochmal. Maris! Hallo. Hallo. Dein Auto ist weg. Ich habe mich darum gekümmert. Nein, Pinsel, wir sind doch, haben doch schon zur Arbeit gefahren. Du geiles. Nein, ich meine, dein blaues Auto ist weg. Ich habe Träume von dir und bei dir rumblecken und ich dir am Arsch pack. Aber sag's nicht, Twinkie. Ich kann da nichts tun. Oh mein Gott, was ist das? Jeden Tag ein neues Abenteuer. Capri-Sonne. Was? Ich habe mich kurz erschrocken. Was geht ab, du alten Ultron? Trass. 44. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber behalte es bei dir. Der Ding ist verrückt. Nee, nee, nee. Der Ding ist einfach irre. Nee, das sind die supernettesten Menschen. Kannst du dich glücklich schätzen, dass du mit mir abhängen darfst? Ich habe Schweißausbrüche. Ist nicht schlimm. Das ist richtig. Oh, der kommt. Boah, mir liefst du rückenrunden Jahre. Oh mein Gott, was ist denn? In meinem Buch ist es da. Okay, wir kommen nicht abholen. Ja. Okay. Okay, bis gleich. Oder ich komme zu euch. Nur wir kommen, wir müssen nichts zu tun. Geht nichts ab. Ich kann, dann warte ich hier. Okay, hau rein. Ich kann. Weißt du, ich nehme immer vor, Zeit mit dir zu verbringen, Twinkie. Du bist mein geiles Pulling-Teutschen. Aber irgendwie kommen wir nie drumherum, den Vollidiot mitzunehmen. Oh, nee, oder? Wir kommen einfach nicht drumherum. Der ist quasi wie unser Sohn jetzt. Nein. Ja. Ich habe auch, der tut mir auch irgendwie leid, wenn wir den alleine rumlaufen lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der ohne uns nicht weiß, was er tun soll. Wir sind halt seine Mama und seinen Papa jetzt. Ach, beruhig dich, komm. Der ist doch ein Netter. Der Klautzer. Warum weinst du jetzt? Ich bin noch nicht bereit dafür. Was? Ich bin einfach nicht bereit dafür. Weißt du, sonst kommt er bei uns in Schwabzimmer rein, irgendwie durchs Fenster und sagt, er hat einen schlimmen Traum. Ich habe genug davon. Ja, ob er uns jetzt rüber guckt oder uns durch die Wand beobachtet, wo er ein Loch reingebohlt hat. Wo es da untersteht. Das ist ein Notman-Wiltskult. Der kriegt eh schon alles mit. Weißt du noch, als ich dich auf den Tisch gehievt habe? Das war genau die Wand zu seinem Schlafzimmer. Meinst du, der hat nicht gehört, wie es gebounced hat? Du bist aber auch gut. Ich meine, irgendwann müssen wir dem auch sagen, dass das einfach nicht geht. Wo bin ich gehen gefahren. Wo bin ich gehen gefahren? Geht's dir gut? Ja. Mir ist es warm. Ja, mir auch. Ich kann das nicht mehr. Weißt du, manchmal, wenn wir zu Hause sind, ist es mir so langweilig, dass es schon wehtut. Aber wenn wir unterwegs sind, dann tut es weh, weil es lustig ist. Ich finde keine gute Mitte. Vielleicht solltest du Yoga machen. Ja, wahrscheinlich schuldig, aber ich mag keinen Joghurt. Echt nicht? Oh mein Gott. Den mit der Ecke, wo Smarties drin sind? Ich liebe den. Aber der ist ja nur für Kinder. Nö. Ich liebe diese Kilo-Pötte-Munte. Fresse ich mit dem Schneebesen. Mit dem Schneebesen. Lass mal gleich so tun. Ich mag mal Gian. Lass mal gleich so tun. Lass mal Sachen mit dem Schneebesen. Weiß ich nicht. Ich meine Suppenkeile, nicht Schneebesen. Okay. Komm, wir ignorieren den gleich. Okay, wir in der Rede tun. Wie sollst du mir die nicht hören? Okay. Wo ist der? Mein Gott. Hallo? Habe ich dir eigentlich schon nicht gesehen? Und sag dir nichts. Hins? Was? Ach, blauer Kopf? Pinsel? Pinsel. Was ist denn schon wieder mit dem? Hallo? Pinsel! Ich glaube, er hat schon wieder so einen Schlaganfall. Ich glaube, er hat schon wieder so einen Schlaganfall. Pinsel? Ja. Hallo? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir fahren, oder? Oder nicht? Nicht, dass der gleich aus dem Auto springt, dann. Hallo? Pinsel! Boah, nervt mich nicht. Er ist auf dem Desktop, wenn er rumklickt. Man hört es. Oh, du rufst an. Hallo? Hallo? Pinsel! Pinsel, wir sind genau hier. Komm, du Idiot, wir haben dich verarscht. Mann, ich, ich dachte schon, ich mach gar keinen Sinn. Du freut, Ratte! Ich dachte schon, wie gesagt, ich bin doch im Auto, ihr müsst mich hören. Ihr habt dich extra ignoriert. Und? Wollt ihr euch nach Vegas kommen, weil ich überfallen bin? Warte mal, was ist das? Was sagst du? Bitte? Kannst du ein bisschen lauter reden? Wollt ihr mich? Ich laufe jetzt zu Fuß. Nein! Du hast mich doch verstanden. Ja, aber du redest leise. Nein, warum? Okay. Nee, ich hatte am linken Ohr nur einen Stöpsel drin, deshalb. Der macht minus 9 Dezibel in meinem linken Ohr. Und dafür kann ich nichts. Ja, ich hab ihn nur rausgenommen. Na Gott sei Dank. Was geht ab? Ich war heute schon unterwegs mit dem Hund vom Kies. Was für ein Hund vom Kies? Der heißt Föscher. Ich hab den mit dem geklaut. Mit dem Onkel Dieter? Nein, mit dem Hund. Wir haben gerade den Mann von der Tankstelle vom Kies kennengelernt. Oh, Taxi. Ja, Jennifer. Hallo? Hallo? Äh, ja, willst du die Leitstelle haben? Ich meinst Feierabend. Ja, nehm ich. Okay. Ja, okay, nehm. Okay, warte. Musst du mein Handy gucken? Okay, hab ich. Okay, dann viel Spaß. Aufschönen Abend. Schönen Feierabend. Hau rein, Alde. So, wir sind jetzt die mobile Schleichstelle. Die Leitstelle, super. Und, hast du uns gestern gehört, Pencil? Nein, ich würde nie lauschen. Wir haben den Schallplattenspieler ausgepackt. T. Amor. Ich hab was anderes gehört. Also, ich mein, ich hab nicht gelauscht. Ja, ja, lügt nicht. Ja, ja, natürlich. Würde ich nicht tun. Das Loch ist groß genug, ich seh dein Auge. Der steckt schon seinen Kopf wieder durch. Ja. Und hier arbeitet der, ne? Frank bei, was hat er gesagt? Äh, Frank bei Tank. Frank bei Tank, genau. Ah, verstehe. Und, wurdest du wieder beführt oder so, von nem Clown? Ja, letztens. Aber da warst du dabei. Ich mein, danach. Nö. Sonst irgendwas passiert? Nö, net üblich, ja. Also, langweilig. Ja. Also, nein. Also, es war sehr angenehm und schön. Ja. Ich hab letztens bisschen gesorgt. Was denn? Was? Oh, ich wollte den Gesicht abschneiden. Der kommt bestimmt hier durch. Nee, 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 du bleib stehen, du Arsch. Du Verbrecher-Sau. Siehst, ich wusste, dass der da langkommt. Vielleicht sollten wir uns nicht da langkommt. Ich hätt ihn fast geschnappt. Äh, ist er jetzt echt hinkommen? Downtown Cap Taxi? Oh, du meine Güte. Hi. Wie sieht denn das, sagen Sie aus? Ähm, ist die Kollegin nicht beim Dienst, die davor Leibschilder hatte? Doch, das bin ich. Hi, ich bin Jennifer. Hi. Ähm. Und zwar, äh, die, ach ja, Gott. Ähm. Hey, Süßer, du brauchst nicht nervös sein. Ich bin's, die Jenny. Äh, hier, die, äh, der Kokosalkohol. Ja, den wir trinken wollten, meinst du? Richtig, äh, hat hier, Gott, ich hab ja wieder den anderen Namen vergessen. Äh. Nein, Schwester. Chantal. Ähm, ich muss kurz pullern. Jan, Keller, was willst du von mir am Telefon? Was für ein Kokosalkohol, du Ferkel, du. Ah, nee, dann, ah, dann verwechselst du es nicht, äh, ihre Kollege noch? Im Dienst, die, äh... Nee, die ist gerade duschen. Die ist gerade duschen, ah, okay, das war dann ganz schlecht. Achso, ja, dann, äh, können Sie was ausrechnen? Ja, was denn? Ähm, dass der, äh, Alkohol, ähm, die andere Person hat, mit der sie unterwegs ist, ich weiß. Ist Alkohol sowas wie ein Cold Word für Drogen? Nein, also, im Grunde genommen ist ne Alkohol ne Droge, ja, aber ne legale. Okay, der Alkohol hat ne andere Person. Genau, ähm, Gott, hier, ähm, mit der sie unterwegs war, so sie, sie weiß auf jeden Fall. Ja? Ich wär so. Gut, das war's auch schon. Ja, sag ich dir, die sind gerade am Karten. Äh, no, no more information please? Soll ich mal Handy hinein, dann hörst du? Äh, ne, da verzichte ich doch gerne. Okay, alles klar. Mach ich Bescheid. Danke, tschüss. Oh, tschüss. Jetzt rufen wir schon von jeden Fall die Lover an. Ne Nummer. Und auf die Leitstelle sogar. Die Ferkel. Ach, du Scheiße. Boah, wir hätten den hier einkassieren können, ne? Wir hätten den stoppen können. Haben wir aber nicht. Und dafür sieht unser Taxi jetzt aus wie Sau. Das sieht immer aus wie Sau, wenn wir beide drin sitzen. Das stimmt. Wo sind die jetzt hin, ne Knaller? Hm, Winkel? Winkel? Ich weiß nicht. Die, oh no. Oh. Da verfolgen sie ihn wieder. Hast du gepupst? Nee. Zum Glück haben wir keine Windschutzscheibe mehr. Na wie? Oh, da wird geschossen. David! Oh. Ob was schießen die? Vielleicht sollten wir nicht zu den Schüssen fahren. Ich bin begegern. Nur zur Ecke. Die schießen einfach aus dem Auto raus. Ja. Die sind verrückt. Sie hat einfach geschossen. Rufen halt den Sheriff an. Sag mal, schwarze Jugeloo. Ja. Ja. Was ist denn da mit dem? Hör auf damit, ich rieche das. Was? Ja, das ist rumstinker. Ja, nicht so. Jenny, danke schön übrigens für dein Wait und willkommen. Doch. Du bist eine Stinkbombe. Gar nicht wahr. Ja, nicht wahr. Ich ruf mal den Schenkel von. Ja, mach das. Alles in den Kopf. Wie heißen die? Polizei. Geht keiner dran. Interessiert die keinen, dass ihr so Massenmüll rumfällt. Ähm, Max, vielen lieben Dank für fünf Gifte. Zapf, danke schön. Doch alles nur mal. Pensel. Boy. Der hat seid gesagt, ihr müsst pinkeln, aber guckt auf sein Handy. Nja. Du Affe. Du Mappenner. Wichser. Auf zu wackeln. Auf zu wackeln. Ich wackel nicht. Weg, 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 weg. Du wackelst. Nein, du wackelst. Nein, du wackelst. Du wackelst. Du bist schon wie der Hörnchen. Es ist auch nicht gut. Ich geb dir gleich ein Hörnchen, mein guter. Du bist ein bisschen wie der Hörnchen. Au. Nicht. Nicht. Nicht mich hauen mit der Peitsche. Verferkel, du. Na, wenigstens hast du aufgehört zu wackeln. Ja, sah die Peitsche nächstes Mal zu Hause. Das ist nicht lustig, das tut weh. Mein ganzer Arsch ist schon rot. Nur weil du wieder Hörnchen bist. Du bist Hörnchen. Du bist Hörnchen. Du bist Hörnchen und Honig. Honig? Ja, Honig. Nein, Hörnchen. Lass mich. Da brauchst du gar nicht zu lachen, du. Ja, geh weiter mit deinem Schneebesen essen. Da hab ich mich einmal versprochen. Mir ist warm. Mir auch. Mein Tüte schwitzt. Meine Baupfalten schwitzt. Ja, das macht dich doch wieder Hörnchen. Du Luder. Ich geh mal kurz pinkeln, aber guck doch sein scheiß Handy, du Arsch. Ja, ich musste, ich hab da noch schnell einen Heiß, ich mach da die Zeit gleich, ich hab noch einen Heiß-Corn-Snake aufgestellt. Ja, mein Sweeper ist besser. Bin ich noch nie lang gefahren, da sind wir. Scheiße, wir haben uns verfahren. Nee, ich kenn die Straßen. Wie mein Westentasche. Steht heute irgendwas an, am Fall Day? Nein. Derby. Wer ist derby? Derby. Derby. Wir warten. Derby. Ist da heute kein Party? Ich glaub nicht. Tango den Chef. Ich muss tanken. Chef geht nicht am Handy. Reicht. Das Tange liegt Benzin, ne? Kannst du das verrechnen dann, Twinkie? Ja, ja, sag mir, wie viel. Ja, toll, jetzt klingelt's Handy. Downtown Cap Taxi, ich bin Peanut. Ich brauche ein Taxi. Wer ist denn da? Es ist doch egal, ich brauche einfach ein Taxi. Einmal dann bitte noch, ähm, ganz wischig am Arsch lecken. Nicht. Hier was Witziges geschenkt. Finkie? Ja, ich seh grad. 930 Dollar. In der Welt will ich sterben. Einen wunderschönen guten Tag, Downtown Cap Taxi. Ja, äh, wie gesagt. Ich bin am Arsch. Das ist richtig. Die fahren wir nicht mehr. Da rufst du eine komische Frau an. Äh, wie viel hast du getan? 930 Dollar. Pizzeria Italia? Nein, sind wir auch hier. Gusi, Pizzeria Italia. Rübsmellung, bitte. Ich hätte gerne ein Taxi. Nein, nix Taxi. Pizzeria Italia. Nix Taxi. Mach Pizza mit Hattin offen. Puto. Was denn dafür mache ich hier? Da, der braucht bestimmt ein Taxi. Bruder, brauchst du ein Taxi? Wir haben Platz frei. Nee, danke. Passt schon. Okay. Hau rein. Hau rein. Hey, don't boy. Kack, suckin' Motherfucker. Jetzt rufst du schon. Twinkie, machst du bitte Langsteintelfon? Ja. Warte, ich gebe dir das. Da, nimm. Danke. Da rufst du mal so eine komische Frau an. Und die beleidigt mich. Hast du getan? Ja, hier ist Twinkie. Ein Taxi, wohin? Garage in Palito. Ist das eine Frau, Twinkie? Ja, das ist eine Frau. Ja, aber die hat mich angeschrien gerade. Was ist hier los? Haben sie mein Backpack denn gerade angeschrien? Arbeitet hier keiner mehr? Okay. Alles klar, wir sind unterwegs. Bis gleich. Sie sagt, sie hat dich nicht angeschrien. Klang die komisch? Sag mal. Hallo! Arschluck! Wir schleppen dir die Karre ab, Mann. Was ist hier los? Also nach Palito? Oh, nee. Oh, oh. Was denn? Wir werden verfolgt um Juggler. Ach. Nicht schlimm, ich habe meine Knarre dabei. Die Gingster asozialen wissen, was mit denen passiert. Ich auch. Wenn Big P pusht mit seinen Waffen. Ja. Es sind heute schon Bilderlosen in der Stadt. Ach, ich weiß nicht. Adventure Friday. Wie jemand... safer sex? N'ungleonomy. Was? Ja. Oh. Ja, toll. Speck mir ich hier nicht was. Danke. Hä? Ach, der kriegt keine gehauen mit den Peitschen, ne? Ja, wie? Ja, der geht von safer sex. Ja. Das Getränk! Ach, steht das auf dem Glas drauf? Ja. Das ist safer sex. Stehen da drauf. Und die, die nicht wissen, was man denen... Ach, frick mich. Boah, leichter, minziger Abgang. Mhm. Sehr güsslich. Durch. Entschuldigung. Ich... Boah, trink mich mal nicht. Entschuldigung. Da hab ich wohl. Egal. Ich hab's zuerst gesagt. Also kriegst du mal die Peitsche. Ja. Ja. Was? Auf deinen Arsch. Warum hast du denn so ein Ding dabei? Ja, wie? Kennst du doch. Hast du doch schon öfter gesehen. Und gehört. Ja, gesehen. Gesehen und gehört. Ich will die Frau nicht abholen. Warum denn nicht? Weil ich die grad gefragt hab, wer da ist. Und dann sagt die, es geht schnüxern. Und dann hab ich die angeschrieben. Und so hast du sie angeschrien. Die hat mich zuerst angeschrien. Ich lock mal kurz den Hund an. Das klären wir gleich. Unterwegs. Wo denn, Palito? Garage. Hier hab ich schon mal gearbeitet mit meinem Freund Piet. Seitdem hab ich den nie wieder gesehen. Piet. Ja, Piet. Der kommt aus den Ghettos von Weinwut, hat er mir erzählt. Na klar. Der hat gesagt, weißt du, wie schwer es war, drei Monate ohne Kreditkarte zu leben? Ja. Bäh. Boah. Was bring dir denn, schweiß weg? Mach's rein oder schmeiß weg. Mach's rein oder schmeiß weg? Mach's rein oder schmeiß weg? Mach's weg. Mach's weg. Boah, ich find das auch nicht. Sag das nochmal. Was soll das? Mach's weg. Ne, wie Twinkie das gesagt hat. Doch, komm, lass mich in Ruhe. Geh mit deinem Schneebesen essen. Na und, mach ich auch. Damit kann man essen. Damit kann man nicht essen. Na klar, der Kuchenteig bleibt auch immer dran kleben. Da kannst du rumherum lutschen. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich mich schnell um den Frösch gekümmern hätte? Ja, nix. Der wiegt 15 Kilo. Soll er verhungern? In zwei Tagen. Hättest du dich mal um den Vogel gekümmert? Ja, der Vogel ist weggeflogen. Mit einem Flügel. Wie, der ist weggeflogen? Ja, der ist weggeflogen. Nein. Warum? Aber er hat zum Glück den Flügel mit der Unterschrift dagelassen. Oh, das ist so makaber. Der ist einfach weg. Einfach verloren. Der hat sich nicht mehr wohlgefühlt worden. Kann ich da nachher schieben? Hier vorne, denke ich. Oh, guck mal, da steht sie hin. Da ist ein Möcher. Hallo. 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 Ich will gerne einmal zu Parkhaus 5. Warum? Weil ich da hin muss. Weil ein Fahrzeug steht, was ich jetzt im Namen habe. Krei mich denn an. Krei gar nicht. Wie ganz normal. Da vorne, okay. Das sind 10 Kilometer. Übrigens verdammt teuer von hier. Ich meine mal. Mhm. Du schaltest bestimmt 4.000. 4.400. Ja, im Bus fährt er da gerade nicht. Wir fährden doch mal im Bus. Ich. Boah. Kannst du um die Taxi-Rechnung bezahlen, bevor wir losfahren? Ja. Bist du sicher? Ja. 4.400 hättest du? Auf jeden Fall. Auf wen schwörst du? Auf... Toll. Super. Letzt du uns jetzt ein Auto kackst. Geht das auch vielleicht etwas schneller? Hallo? Hallo? Anscheinend wohl nicht. Treten Sie mal das Gas richtig durch. Das Gas richtig durchdreht. Nicht das Gas austreten lassen. Bäh. Am Frühtaus zu Berge wir schien Fallere. Ich hätt's etwas eilig. Warum? Weil ich einen gleichen Termin hab. Oh, was ist denn für ein Termin? Und warum? Und wo? Sehr wichtig. Wo? In der Stadt. Ich weiß, was Ihnen egal ist. Oh, hier blitzen die immer. Ja, wenn Sie noch langsamer fahren, blitzen die gleich... Wir fahren die maximale erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Ja, die maximale erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf einem Highway sind 100 Meilen pro Stunde. Ja, die fahr ich gerade. Ja? Die fahr ich gerade. Mal gucken. Nein, Sie fahren... Ich würde jetzt sagen, sieht so aus so wie 10, 20 Meilen. Nee. Da geht noch was zum Wache. 105. Sag mal, Mä, haben Sie getrunken? Der fährt locker 300. Mä? Ja? Haben Sie getrunken? Nein. Oh mein Gott, jetzt kommt die Kurve. Bitte anschnallen. Ach, die Scheine, das hat uns aus der Bahn. Das, 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 wenn der schneller will, man läuft. Ich glaube, ich rufe gleich mal Ihren Chef an und beschwere mich. Warum? Weil Sie zu langsam fahren. Weil ich nicht rase? Sie schleichen mir mit 30 Meilen pro Stunde über den Highway. Ach, gerade war es nur 20. Jetzt ist es 30. Boah, ist der schnell. Boah, mein Heilige Scheiße. Das sind aber richtig... Der wäre wunderschön. Der ist nicht schnell. War wie ein Feuerball. Du... Bitte anschnallen. Das könnte häufig werden. Also das wird auf jeden Fall bei Connect eine schlechte Bewertung werden. Was? Das wird bei Connect eine schlechte Bewertung. Was? Ich sag, er hat getrunken. Ich sagte, bei Connect wird das eine schlechte Bewertung. Das soll Connect sein. Was ist denn Connect? Was ist denn Connect? Die sind gut, Mann. Ja. Frau Schnecke, bist du schon eingeladen? Weiß ich gut. Oh-oh. Disconnecten musst du. Boah, ich glaube, mir wird schlecht. Das ist viel so schnell für mein Hauch. Schau schnell. Ich stelle nicht aus. Während wir fahren, fahrsteigen sie mit Sicherheit nicht aus. Das sei lebensgefährlich. Wie würde es quietschen? Es ist halt lebensgefährlich. Ich glaube, sie haben nicht meinen Führerschein. Doch, den habe ich von Flughafen. Auf Flughafen. Ja. Aber sie haben wahrscheinlich dem irgendeine Fälschung aus irgendeinem anderen Land vorgezeigt. Jeder kriegt beim Flughafen einen Führerschein geschenkt. Genau. Also, ich habe kein Geschenk bekommen. Ich habe meinen damals in Australien gemacht. Auch wirklich? Ja, da haben sie ja Glück. Wir haben ein Geschenk bekommen. Oh, jetzt kommt die Todeskurve. Bitte anschneiden. Oh Gott, die Todeskurve. Oh, mein Scheiß. Warum fahren wir hier überhaupt nicht? Oh, mein Gott. Das ist so krank. Ich muss mich konzentrieren. Ach, du Scheiße. Jetzt verstehe ich, wieso die Leute lieber Bus fahren als Taxi fahren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie wird schlecht. Wie wird schlecht. Oh, ich schaff's. Keine Sorge. Wow. Wow. Du hast ja das Auto richtig in der Kontrolle. Also, jetzt weiß ich wirklich, wieso die meisten Leute lieber Bus ans Taxi fahren. Obwohl es jetzt mal so lange dauert. Obwohl sie die Kurve gerade gesehen, das war ja habschauf, Alter. Können sie vielleicht etwas mehr Gas geben? Ach. Entschuldigung, das ist die Mindestgeschwindigkeit auf dem Highway. Ich möchte meinen Job nicht verlieren. Die Mindestgeschwindigkeit sind 60 Meilen pro Stunde. Ja, die fahren wir gerade. Wir fahren sogar zehn drüber. Ich will Ihnen nicht das Leben riskieren von uns an. Fahren Sie bitte in den Straßenrand. Das können wir hier gerade nicht. Die Warnblinkanlage ist kaputt. Außerdem darf man hier nicht gehen. Das geht nicht. Dann kriegen Sie Ärger mit der Polizei. Sie dürfen nicht während der Fahrt aussteigen. Genau. Das ist lebensgefährlich. Dann verletzen Sie sich ganz vorne. Ach, scheiße. Genauer Kiete. Oh mein Gott, ist das schnell. Oh Gott, oh Gott. Ich hab da gesehen, da wurde ein Blitz. Stellen Sie mal vor, Sie werden jetzt ausgestiegen. Dann werden Sie locker verletzt. Oh mein Gott, Sie werden tot. Einmal tot. Nein, Sie werden tot, Ma'am. Oh mein Gott. Fahren Sie bitte sofort in den Straßenrand. Hier gibt es keinen Straßenrand. Doch. Nein, wir sind jetzt gleich im Tunnel. Dann halte vor dem Tunnel. Das geht nicht mehr. Wir haben schon zu hohe Geschwindigkeit drauf. Ich kann jetzt hier nicht mehr abbremsen. Jetzt sind wir schon im Tunnel drin. Oh, Trinkgeld ist übrigens Pflicht. Ja. Trinkgeld gebe ich, wenn ich mit der Fahrt zufrieden bin. Aber nicht wenn... Aber Sie sind doch zufrieden. Wir bringen die Haile an den Ort. Sie sind viel zu langsam unterwegs. Ach so, soll ich das Leben von uns riskieren? Ja, natürlich. Ach so, ja. Na, Ihr Leben scheint Ihnen ja nichts wert zu sein. Doch ist es mir was wert. Ja, deshalb wollen Sie aus dem fahrenden Auto springen. Deswegen wollen Sie bitte sofort in den Straßenrand fahren. Was? Wollen Sie vielleicht die Polizei, dass Sie mich entführen. Ach so, wie entführen Sie? Sie haben Taxi gerufen. Das ist jetzt also eine Entführung. Sie fahren sofort in den Straßenrand. Ich soll in den Straßenrand fahren? Nein, an den Straßenrand. Aber hier gibt es keinen Straßenrand. Wir sind auf einer Brücke. Hinter der durchgezogenen weißen Linie ist Straßenrand. Nein, das ist die zweite Spur. Dann fahren Sie sofort auf den Seitenstreik. Das geht nur im Notfall. Nur im Notfall. Und da hier kein akuter Notfall besteht, gerade... Das ist kein Notfall. Hier ist keiner in Gefahr. Okay, dann fahren Sie vorne bitte einmal auf das Gelände der Tankstelle. Das können wir gerade nicht machen. Wieso nicht? Weil man da nicht links abbiegen darf. Weil das linke Reiseziel ist. Ich darf von links abbiegen. Nein, darf man nicht durchgezogenen Linien. Ich bin durchgezogenen Linien. Sag mal, haben Sie Ihren Führerschein wirklich? Ja. Scheint nicht. Sonst wüssten Sie halt, dass man da nicht drüber fallen darf. Dann fahren Sie bitte in Schumisch. Dann fahren Sie nach Dschungelcamp toujours. Dann fahren Sie bitte bei Schumisch auf den Schumisch Plaza. Dann möchte ich Ihnen aussteigen. Auf den was? In Schumisch. Wir fahren in kein Schuh rein. Der heißt Haschisch. Ach so, der Frosch. In der nächsten Ortschaft ist eine Einkaufsmein. Da möchte ich gerne hin jetzt. Wir sind doch in vier Kilometer da. Ich möchte da jetzt. Dann hat es mir gerade anders überlegt. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen Termin. Ich habe es mir jetzt gerade anders überlegt. Aber Ihre Termine. Also das müssen Sie mir jetzt noch mal genau erklären, wohin Sie wollen. Weil das habe ich gerade nicht verstanden. Hier vorne rein. In irgendeinen Schuh soll ich reinfahren oder so. Hier rechts. Herr Schumisch, wissen Sie nicht, wie die Ortschaften hier halten? Nein. Sollen Sie vielleicht mal zur Schule gehen? Ach so, in der Schule lernt man die Ortschaften. In der Schule lernt man die Ortschaften. Oder vielleicht mal lernen, wie man eine Karte liest. Eine Karte, das macht das GPS für uns. Und Sie haben gesagt, Sie möchten da vorne hin. In 3,6 Kilometer. Wir bringen es keine Ortschaften drauf. Oh, Bicky ruft an. Ja, hi, Bicky. Wir sind ja gleich schon da. Oh, frage nicht. Wir haben eine ganz anstrengende Kunde. Oh, die Lunge fällt auch so schnell. Die labert mir die ganze Zeit so ein Kortleiter ins Ohr. Von wegen halten Sie doch an und so. Man kann hier nicht halten. Ist das hier der Schuh? Naja, ähm, was gibt es denn? Dann ist was zu viel Klafs. Steht für doofe sogar an dem Gebäude dran. Also, Entschuldigung, bei der Geschwindigkeit kann ich nicht aufwarten, wo meine Gebäude steht. Oh, mein Gott, ist der schnell. Wow. Ach so, ich... Nee, ich habe, glaube ich, noch keine. Aber ich denke, wir werden da sein. Wegen zu langsam fahren, Behinderung des Straßenverkehrs. Ach so, ich kriege noch... Oh, okay. Eine Anzeige wegen zu langsam fahren. Also, ich hätte alles gelehrt hier. Ja, wegen Behinderung des Straßenverkehrs. Ja, was soll ich schreiben? Und das wollen Sie jetzt anzeigen? Ja. Weil ich mich an die vorgeschriebenen Dings halte. Geschwindigkeitsrichtlinien. Wem haben Sie in Ihrem Leben nichts Besseres zu tun? Oh, Vorsicht, sie ist schrumpen. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, pass auf, der kommt gleich hin raus. Geschwatten. Sogleich haben wir es geschafft. Okay, 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 okay. Sollen wir sie von hier vielleicht noch weiterfahren zum PD? Nein. Warum? Oh, das ist knapp. Oh Gott, oh Gott. Boah, dann geht mir die Loke. Die Loke. Ach, wie Scheiße. Noch 1,8, dann sind wir an dem Ziel. Vorsicht, Herr. Kannst du dich an den Straßenregeln bitte halten? Was? Ach so, ja, der hat natürlich unser Gespräch mitgehört. Hilfe! Hilfe, ich lass mich von einem Taxifahrer fahren. Ich lass mich von einem Taxifahrer zum Zielort fahren, wo ich hin möchte. Hilfe. Hilfe. Der fällt eindeutig zu schnell. Ja. Eindeutig. So, noch 1 Kilometer. Ich kann jetzt in die Straßen rennen, sofort. Aber es ist noch 1 Kilometer. Oh mein Gott. Hier ist ein roter Schreifen. Und hier auch. Noch einer. Oh. Da auch. 600 Meter noch. Welch angenehme Abendbrise. Oh, gleich geschafft. Das ist eine Idee, die Regelniger. Ja, Entschuldigung, da ist nicht weiß, wo hier das Parkhof ist. Es ist ein Taxifahrer, dann sollte man sich schon in dem Ort ausgehen, wo man arbeitet. Nö, der Chef hat das nicht verlangt von mir. Und der ist ja wohl derjenige, der jemanden einstellt und das bestimmt. Ja, das ist ein innenkrimineller. Ach so, jetzt ist unser Chef auch noch kriminell. Wie ist hier Ihr Name? Hallo, er ging es da. Einmal bitte umdrehen. Aber wir müssen hier eine Kundin hinbringen. Ja, einmal bitte umdrehen. Ich wiederhole mich. Können die nicht einfach... Oh mein Gott. Ich wiederhole mich. Ja, bleib doch ruhig, Junge. Warte auf. Ja, sie möchten sie jetzt leider wollen, dass sie ihn fahren. Weil das hier ist eine Gefahrenzone. Nein, das ist gefährlich. Sag mal, das ist gefährlich. Was ist denn die zu mir? Wir haben in der Waffe bedroht. Und du sagst, dass sie aussteigen. Wer sagt, dass sie nicht zu mir gehören? Dann lass sie mich hier an der Straße raus. Okay, ja, okay. Vielen Dank. Was kriegen Sie? So, dann kommen Sie mal her. Komm, breit, Stinky. Die knallen uns uns ab. Ja, ja, ich bekomme von Ihnen 3.960. Geh mal drin, Kält. Dann die müssen Sie jetzt abknallen, die ich halten soll, ne? Alles klar, Marie. So. Bitteschön. Kein Problemchen. Tschüsschen. Soll ich Sie in die Polizei rufen? Ja, klar. Okay. Hey, Herr Polizeimann. Die hört doch bestimmt dazu. Ähm, ich muss schnell. Die läuft da jetzt. Die fängt da hoch. Parkhaus 5. Die lässt sich mit einem Taxi zu einer Geiselnahme fahren. Sitzt du dich arzt. Ähm, Parkhaus 5 ist Geiselnahme. Das ist das komplette Parkhaus 5. Das ist dann die. Was war also, ihr Typen? Mach schnell. Wir hatten eine Kundin, die gehörte dazu. Nella. Jetzt weiß ich, warum die das eigentlich hatte. Jetzt weiß ich, warum die zu einer Geiselnahme ist, die dumm. Wir können die identifizieren, ne? Ja, stimmt. Oh, die dumm. Hinten im Taxi ist so geiselnahme. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Oh, mein Gott. Ich ruf den Dieter jetzt an. Woher will die eigentlich wissen, wenn unser Schatz kriminell ist? Welche Grafen? Äh, das ist die 5, glaube ich, oder? Oh, das ist auch nicht der Huchmann. Hallo? Anke Dieter, Anke Dieter. Beruhigen Sie sich. Anke Dieter, deine Polizeifreunde fahren gerade in die Geiselnahme rein. Oh, mein Gott. Welche Geiselnahme? Bei Garage 5. Wir haben da eine Kundin hingefahren. Zu einer Geiselnahme. Ihr habt da eine Kundin hingefahren? Ja, sie ist ausgestiegen. Hört ihr zu einer Geiselnahme, oder was? Nein, nein, nein. Die hauen ab jetzt. Pass auf, wir hatten eine Kundin in Paleto. Wer hat jetzt wieder in die Geiseln genommen? Nein, hör mir zu, Onkel Dieter. Wir hatten eine Kundin in Paleto. Ja. Und mit denen sind wir langsam gefahren. Weil wir müssen uns ja an die Vorschriften halten. Die achtet doch eh keinen Kopf drauf. Scheiß auf. Und die war übelst genervt. Und die haben wir jetzt hier zu der Garage gefahren. Und da waren ihre Freunde und die waren gerade mitten in der Geiselnahme. Die ist quasi aus dem Taxi ausgestiegen und dahin gerannt, um da mitzumachen. Wie können die identifizieren, wenn ihr die festnimmt? Also die Freundin, die ihr da hingefahren habt, ist mit einer der Täter. Ja, genau. Also der Freundeskreis von der sind die Täter. Ja, genau. Und wie hieß die, Alter? Weiß ich nicht, wie die hieß, aber ich kann die identifizieren. Weiß ich nie gehört. Okay. Und die hat gesagt, die schreibt bei Connect schlechte Bewertungen. Das heißt, warte mal. Ich weiß doch nicht, was Connect ist. Ist das so aus ULive? Hä? Was ist Connect, Onkel Dieter? Connect? Ja. Ja, das ist, äh, Connect ist sowas wie ULive-App. Cool, ne? Nur mit dem Botencode. Die hat gesagt, die schreibt da schlechte Bewertungen. Warte. Ja. Ich finde, Onkel Dieter, ich finde die raus, wie die heißt, okay? Ja, pass auf, wo, 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 wo sollen die Geiselnahme sein? Nein, das war keine Geiselnahme, aber da standen ganz viele Maskierte. Und das war so aus beim Parkhaus 5. Die sind jetzt aber mit schwarzen... Oder hat die gesagt, was die jetzt machen will? Also, wie kommst du auf Geiselnahme? Es muss ja irgendeiner, muss ja in Bedrohung gewesen sein, oder sonst? Ja, pass auf, wir sind mit dem Taxi da reingefahren in die Dings, weil die genau da hinwollt. Und dann wurden wir mit der Waffe bedroht und das sah so aus, als hätten die da Geiseln in die Ecke. Wir wurden mit Waffe bedroht und zu uns wurde gesagt, wir sollen sofort abhören. Und sie hat gesagt, Jungs, ich mach mit. Nein, das sind... Die wollte so oder so schon hier hin. Vielleicht ist es die Darstellerin von dem Kreis, der da steht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir dann weggefahren, weil die uns bedroht haben. Und dann wollte die unbedingt draußen rausgelassen werden. Ja. Und dann ist die da hingerannt, wo das ist. Und die war auch ganz schwarz angezogen. Oh, du machst ja. Ah, aber sowas hat man mal öfter. Das sind dumme Leute, wo sie denken, oh, da ist was los. Hinter euch. Alter, Onkel Dieter, ich finde raus. Wenn du schlechte Bewertung schreibst. Ja, 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 okay. Ich kann die Nummer geben. Soll er sich die Nummer aufschreiben? Okay. Was, noch mal, Onkel Dieter? Also, soll ich jetzt noch warten? Das ist so speichert hier gar nicht. Ja, ich rufe an, wenn ich den Namen habe. Okay, alles klar. Danke. Ciao. Schnell weg hier. Wie kann man sich denn da zu so einem Dings hinfahren lassen? Was hat die nochmal gesagt? Die schreibt schlechte Bewertungen auf? Connect. Aber ich kenne mich mit diesem Connect nicht aus. Ich saß hier so, wie die geredet hat. Die war voll betrunken. Meinst du, die war besoffen? Ja. Nein. Cool. Denkt ihr, die ist so dumm, dass sie da... Bewertungen ja schreibt. Weit ihr? Wo gibt's das denn, Disconnect? Das ist, ich glaub, mit U-Life irgendwas. Nickt. Die wollte beim Taxi was schreiben, ne? Das Taxi. Mehr. U-Life-App. Das ist so. Twinkie, meinst du Connect? Mm-mm. Um. Boy, das ist ein kackier. Oh, Disastus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ich hab's nur. Ich hab's nur. Oh, wirklich? Zeig mal. Da, hier. Guck mal. Guck hier. Das ist die, oder? Guck dir in die schlechten Bewertungen. Das ist die wirklich. Das ist die wirklich. Ich weiß, wie die heißt. Die hat mit dem richtigen Daimbilder-Küller geschrieben. Aber das ist nicht die von... Also, das war gestern. Das zeig ich mir auch. Ja, aber die hat doch gesagt, sie schreibt welche. Dann hat die da auch schon was geschrieben. Aber das sieht aus wie sie. Das ist die. Das ist die. Die sieht genauso aus. Wir haben sie. Abigel Morton Alvarez heißt sie. Und die schreibt schlechte Bewertungen bei Kulnit. Ich hab gesehen, wie du dahin gerannt hast, ne? Ja, klar. Was willst du, Pinsen? Ich will das aussehen. Komm nicht. Hey, du kennst doch You Life und so. Ja, ich komm nicht klar. Dieter, Onkel Dieter, geht nicht dran. Was war's schon wieder für'n Tag? Das darfst du echt keinem erzählen, Alter. Guckt ihr noch? Hallo? Ja, ja. Sieht gut aus, ne? Mhm. Ah, jetzt schau ich. Oh Gott, da geht nicht dran. Ist hier oben jetzt Gefahrenlage? Oh. Darf man da jetzt durch? Darf man da hinten durchfahren? Da vorne ist ne Sperre. Ja, fahr einfach vorbei, Mannige. Fahr einfach durch die Mitte. Nee, du, ihr macht, lügt bestimmt, ne? Mit Vollgas, mit Anschwung. Fahr noch ein bisschen rückwärts. Nee, ich will mein Job nicht verlieren. Wir sind schlau, wir fahren oben rum. Was kriegst du so? Was denn? Es gibt eine Connect-Seite. Was? Es gibt ne Seite, wo Leute sich beschweren. Sag mal, die du da gefahren hast, die Alte, ne? Warte mal kurz, pinst du da mal ruhig, ja? War das ne Schwadde mit roten Haaren? Nee, ich weiß ihre Name. Wir haben die gefunden bei Connect. Liegt die da, oder was? Nein, die hat ihnen schlechte Kommentare gegeben. Pass auf. Wir haben die abgeholt und sind langsam gefahren. Und die hat sich darüber beschwert und hat gesagt, dass sie auf Connect eine schlechte Bewertung und so gibt. Ja, genau. Und jetzt haben wir bei Connect geguckt und die hat schlechte Bewertungen, wo haben sie das schon abgegeben? Wir haben ein Bild von der und den vollen Namen. Morten Alvarez? Nein, Abigail Morten Alvarez. Ja, stimmt doch. Ja, genau die. Gut, ich hab mir nicht alle Kommentare grad durchgecheckt und da war nur eines vom Vibes-Volk, was eine schlechte Bewertung abgegeben hat. Äh, okay. Ja, gut, weißt du Bescheid. Die war, dass die wir im Tatsache beinhalten haben. Aber warum war die jetzt dabei? Die ist jetzt nicht da mit den anderen bei Parkhouse 5 gewesen. Doch. Ist die doch zu Connect gegangen? Die hat sich von uns dahin fahren lassen. Ja. Damit die mit ihrem Freund neue Stuff durchziehen können. Äh, äh, äh. Also, dumm wie Brot. Ja, ja, die, 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 die auch jung, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, Peanut. Okay, wenn du Zeugen links brauchst, sag Bescheid, wir sind zu dir. Ja, mach ich. Okay, bye-bye, Onkel Dieter. Ich hör nie zu. Der Dieter hat selber Connect gecheckt und hat auch nie gefunden. Ich darf gar nicht sagen. Das war dumm. Und dann dieser Satz. Oh, was ist das denn? Guck mal, Nomi. Wohin wollt ihr denn wissen? Wohin wollt ihr denn wissen, da ich nicht dazugehöre? Hat die gesagt? Ja. Wann? Beim Aussteigen. Hast du noch gesagt, ob die Tochter ist Eisenahme? Weil wir da mit einer Waffe bedroht wurden, unter Gewalt an Flings und die da wieder hingelaufen ist? Natürlich gehört die dazu. Ja, die hat ja noch gesagt. Wollt ihr denn wissen, da hab ich nicht dazugehört? Achso. Was ist die Dumme? Das ist so unfassbar dumm, Alter. Und jetzt vorher war Untersag, ich geb euch ne schlechte Bewertung bei Connect. Wo die da mit ihrem Bild ist und mit ihrem echten Arm. Oh mein Gott. Aber was passiert da vorne jetzt? Boah, das sind echt die dümmsten Verbrecher der Welt. Twinkie? Ja? Stümmerst du nur rum? Ich bin einfach überwältigt von der Dummheit, die sich hier in dieser Stadt ansammelt. Und dann sitzt die bei uns im Taxi ohne Maske oder alles und will uns anzeigen, weil wir zu langsam fahren und die fährt jetzt zu einer Geißel. Oh mein Gott, hätt ich dann vorher irgendwie gewusst, ich wär noch langsamer gefahren. Wir haben fast so ein Ding verhindert. Ich hab'n dringenden Termin. Ich glaub, die fährt nie wieder Taxi. Wir sollten echt unsere eigene Privatkanzlei, Detektivkanzlei aufmachen. Ja komm, weißt du was? Das machen. Das knacken und wir gehen zu mir selber. Ja komm. Sollen wir Detektive werden? Ja. Boah, das ist echt ne gute Idee, ne? Komm, lass uns die Detektive werden. Da darfst du keinem erzählen. Sind da unten das eigentlich Eispulchisten? Da geht bestimmt irgendwas ab, sonst würden die nicht alle stehen mit dem Panzer und so. Warte mal, fahr doch mal grad aus bei der Straße und dann geh ich da zur Apotheke. Das gibt Ärger. Warum? Nein, Schatt, wir haben das Wurstwasser. Weil die jetzt auf so ne Sperre. Aber auch da grad aus? Sollen wir unsere Firma Wurstwasser nennen? Was? Wurstwasser. Das klingt seriös. Gucken wir's an. Sollen wir Detektive werden? Ja. Der Pinsel kann doch jedes Auto auswendig machen. Ja, ich finde alle. Weil haltet ihr von... T3. Wie T3? Nein, C3. P.O.? Detektivkanzlei C3. P.O. Von mir aus. Was heißt das? Aber warum C3? Na, cool free. Cool free. Warum reden wir mit dem? Warum reden wir mit dem? Cool Drei. Die Drei Muskelkater. Fanta 3. Du bist echt nicht lustig. Oh. Na, na, das wird schon. Warum heutst du jetzt, du Trottel? Alles klar, ich bin ein Mädchen. Na, wenigstens lügt er dich nicht an. Ach ja, Pinsel. Hast du am Bludentopf bei uns Schlüssel vergramm oder so? Ja, stimmt. Ich hab da Schlüssel gefunden. Wie du weißt? Ich weiß aber nicht, wo die hingehören. Pinky hat Schlüssel gefunden. Na, ist schon im Auto. Bei welchem Auto? Ich hab an jedem Auto getestet. Das ging nicht. Wenn Schlüssel sind, gehören die zu nem Auto. Die können aber auch zu nem Schloss gehören. Oder zu ner Schatzkiste. Oder jeder Schlüssel auf der Welt für ein Auto. Ja. Also hier hab ich noch keine gefunden für nen Schloss. Guckst du nicht richtig? Ja, stimmt. Also, man weiß ja nennt. Aber ich war das nennt. Das waren die Russen. Bestimmt. 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 Das war ein Zeichen. Wie alt waren denn die Schlüssel? Ja, wie, wie alt? Ich hab die jetzt nicht gefragt, wann die geworden sind. Da waren die schon rostig. Nein, ob die rostig sind. Dann nehmen die doch schon lange. Nee, rostig waren sie nicht. Dann? Stand da was drauf auf dem Schüssel? Nee, stand nix drauf, glaub ich. Sahen die aus wie nen Briefkastenschüssel? Nee, dafür wären sie zu groß. Hm. Ich glaub, hier ist gar nix passiert. Hm. Oh. Doch da. Einen Wagen haben sie gestoppt. Da ist ja die Eugen drin. Hoffentlich. Da liegt doch nen V. Oh nein, Abigail! Da brauch ich jetzt erstmal Milchshake zur Beruhigung. Wie dumm kann man sein, das ist so ein Frister. Was ist denn mein Büchse sein am Werkstatt Pinsel? Ähm, die steht da noch. Nee, da ist doch nichts mehr. Ja, aber das Gebäude ist ja da. Warum frag ich dich eigentlich? Na, weil du's wissen wolltest. Ja, aber haben die geschlossen? Alles. Oh mein Gott. Ich will's wissen. Da stehen keine Mopeds mehr. Kriegst du's hin heut noch, Pinsel? Was denn? Ja, zu verstehen. Ja, klar. Keine Mopeds mehr. Vielleicht auf, Mo? Ähm. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Ja, keine Mopeds. Heiß halt. Es ist keiner da. Oh, da ist ein Jokola. Oh mein Gott. Milchshake. Okay. Wir haben keine Kunden gerade. Rüttelchen. Also sind wir jetzt Detektive? Aber wir müssen das doch gar nicht anmelden. Wir machen das einfach so unter der Hand. Ja, wir sind geheime, geheime Detektive. Das ist nicht Abigail. Okay. Es sind die alle so dumm. Hey, da vorne ist Herr Nuri. Herr Nuri? Wie gehst du hier? Sie bieten sich schon wieder an. Wofür biete ich mich an? Herr Nuri, Sie wissen nicht, was... Sie glauben nicht, was gerade passiert ist. Das glauben Sie nie. Das glauben Sie nie. Okay. Ich hab... Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Mit Worten. Tricky, willst du erklären? Okay, das waren keine Worte, aber ich weiß nicht, es könnte Chili gewesen sein oder so. Also auf jeden Fall. Was weiß ich denn? Das heißt, er hat gesichertes Tempo. Okay. Ich will es gar nicht für Sie tun. Herr Nuri, wie geht's Ihnen? Ja, muss gerade noch. Ihr bald wird wieder orange. Sie müssen dem färben. Herr Nuri? Wir haben eine Frau abgeholt, ein Paleto. Abigail heißt die. Ganz schwarz gekleidet. Ja, ja. Abigail Alvarez oder sowas. Gesundheit. Und die war schwarz gekleidet und wir sind mit der in... Bis gleich. In normaler Geschwindigkeit über den Haarbeck gefahren. Kannst du Backpackieren? Ja. Parkus 2, ich ziehe direkt um mein Gitterkraft und Kunde. Oh, aber ich wollte Nuri doch noch die Geschichte erzählen. Ja, willst du arbeiten oder nicht? Ich gehe mal pinkeln. Sonst machst du doch die Fahrt, dann kommst du in der Nacht vorbei. Ich will noch ein bisschen fehlen. Okay, wir haben mehr Hunger. Dann bis gleich, Nuri. Bis gleich. Parkus 2. Das wollte ich gerade sagen. In einer Anrufe rufen alle an, du isch hin. Mann, ich hab wieder bemüht, Jake. Ich will Millichshalk. Das nächste bisschen eng, so. Ich will Millichshalk. Boah, aber wenn ich am Anfang zu quatschen, dann quatschen wir weiter. Ja. Ah, du hast dir gerade in der Hand gepupst. Dann bist du halt das nächste Mal. Zweimal. Oh, komm. Man muss die Becken auch ein bisschen auseinanderhalten. Ja, du bist nur wieder Hörnchen. Ich gebe dir gleich ein Hörnchen. Parkus 2? Ja, das ist hier direkt um die Ecke. Nein, das ist Parkus 4 hier. Hm? Ja. Ich bin weg hin. Das ist hier direkt um die Ecke. Ja. Boah, das hat sich schon heute wieder gelohnt. Ich bin zufrieden. Hörst du das? Ja, das war so dumm. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Was ist los, Pünsel? Nichts, ich bin raurig und sauer. Warum? Du hast mich genüßt. Habe ich nicht. Hier ist doch doch keiner. Ja, warte mal. Ich glaube, der kam da unten gerade angerannt. Achso. Da ist er doch bestimmt. Also, Entschuldigung, ich dachte, wir sind da oben. Nee, alles gut. Hallo. Hallo, wo darf ich hingehen? Äh. Hau, ich habe ganz falsche Haut. Bitte? Das ist einmal 893, aber nicht der bei den Feldern, sondern da beim Klamottenladen. Was? Das ist oben in Sandy. Ich habe leider die Stadtkarte nicht. Können Sie mir das so sagen? Äh, ja. Du hast doch 893 dabei. Äh, Kleidungsladen sieben. Ah, okay. Oben übers Tänenschuss. Genau. Bitte anschnallen. Aber Sie wollen nicht auf eine Geiselnahme, oder? Ich, ne. Gut. Warum? Schnell fahren? Oder Sie sind langsam fahren? Äh, besser langsam. Kniescheibe wird da draußen gehabt. Sagen Sie, wäre ich jetzt schnell gefahren? Nö, ich fahre nicht gut. Ich fahre ein bisschen schneller. Dann kommen Sie da besser hin. Und schneller vor allem. Und, wie geht's euch? Heute ist ein super Tag. Ja. Das freut mich doch zu hören. Wir haben gerade einen Kunden zu seiner Geiselnahme gebracht. Wir haben gerade eine kriminelle Frau zu ihren Freunden gefahren und die Freunde hatten eine Geiselnahme am Laufen. Ah, danke. Diese ganzen Verbrecher hier. Die werden alle eingesperrt. Ja. Oder sind sie auch ein Verbrecher? Nee, ich arbeite doch bei West Coast Performance. Ah. Müsstet ihr doch eigentlich wissen. Taxi Downtown, was kann ich für sie tun? Ach dann, du bringst sieben Kilometer, Trink. Ja, trink das. Trink kein Alkohol. Bei Harmony Kastens. Rico, danke schön für 100 B. Komm. So weit in Rastplan. Okay, okay. Wir bringen noch eben einen guten Weg, dann kommen wir zu ihm. Der wurde recht. Okay, bis dann. Tschüss. Harmony Kastens als nächstes. Oh Gott, da ruft der Nächste schon an. Wie der Pinsel gerade gesagt hat. Ja, wenn einer anruft, rufen sie an anderen. Harmony Kastens. Das kenne ich aber auch in der Werkstatt. Das ist Twinkie, was kann ich für sie tun? Der ist immer so. Wohin darf es gehen? Boah, Twinkie. Ja. Oh mein Gott, stinkt das. Ekelhaft. Ja. Ich mach mal ein bisschen das ganze Sorge daher. Ja, aber es heißt, am besten flex wie das Dach weg. Okay, wir haben jetzt gerade noch einen Kunden, danach noch einen und dann könnten wir sie holen. Aber denk an Biggie, Twinkie. Denk an Biggie. Wie bitte? Biggie-Ferde, hol da. Oh, boah, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wohin der nächste Kunde muss. Ich würde sagen, so 10, 15 Minuten. Vielleicht schaffe ich es auch, doch noch jemanden zu erreichen. Wo fahr ich eigentlich lang? Alles klar, bis da. Oh, guck mal, der Unfall, der uns überholt hat. Stopp. Was? Der, der, der uns überholt hat am Heimweh, der steht, der hat einen Unfall, der stirbt. Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. Festhalten, bitte. Warum bin ich so gut in deinem Zaun? Hi, Biggie, bist du gerade im Dienst? Super, pass auf, bei Harmony Kastrins, da wartet ein Kunde. Könntet ihr den holen? Gitarra-P ist einfach cringe, das fuck, aber macht Bock. Tschüss. Ja, okay, den von Harmony nimmt er. Dann nehmen wir den schwierigen Kunden, der nicht wusste, wo er ist. Der, und wie sollen wir den finden? Naja, er hat's mir grobe erklärt. Okay. Wie war das, wer suchet, der findet? Genau. Ich habe heute ein Spitter noch gar nicht gesehen, ne? Ich glaube, der ist im Gefängnis. Was? Die Geiselnehmerfrau von Gralt hat gesagt, dass unser Chef kriminell ist. Okay. Und dass die uns anzeigen will, weil wir zu langsam gefahren sind. Den Scheiß kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Da muss man eine Begabung für haben. Oh. Du kannst ein Stückchen weiter hier vorne gleich halten. Ja, sag einfach Stop, dann wir uns nicht. Und Stop. Stimmt hier, oder? Ja, da, wo die Matalkars stehen. Hinter uns? Nee, weiter vorne. Also ein Stück nach vorne fallen, ne? Oh Gott. Oh, nee, passt schon. Okidoki. Finkie rechnet ab um sieben. Finkie sieben. Ja, um sieben. Aber Hauptsache, du bist für ein wenig Rabatt. Und Tokka, nee, Tokamstock, danke für die Prime Zweiten. Chris Kaltes, danke für die Unterhaltung immer, Bruder. J-Pack, danke für die Prime 31. Monat. Und Gert, danke für die Wissen 16. Aber Hauptsache, du bist für ein wenig Rabatt. Und No-Go, danke für die Prime 9. Jahr. Und Jens, danke für die Prime 6. Ich küsse eure Herzen. Ich kann nur noch an ihr einfach nicht böse sein. So, bitteschön. Doch, ich lass gar die Finger von meinem Pulling-Tay-Chillen. So, das ist mir. Dankeschön, tschüsschen, schönen Abend noch. Ja, außer, tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Und gute Besserung. Dankeschön, ciao. Kein Problem. Pass auf. Willst du telefonen? Ja. Tag sie, hallo, was kann ich für sie tun? Hi, hier ist die Ebike. Könnt ihr mich ab und ich bin auf Flucht? Ja, wir haben ja wie gesagt gerade einen Kunden weggebracht. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen, weil ich konnte noch jemanden erreichen, der... Also wir kommen jetzt zu Ihnen. Also das war vom Öl nach oben und dann links zum Dinosaurier. Was? Ich weiß, wo der Dino ist. Alles klar. Hier. Ja, wir sind unterwegs. Was ist denn Dino? Der Dino da vorne. Der Dino. Der Crash-Test. Der Dino hat mich gerade angerufen und sagt so, sie sind doch gerade an mir vorbeigefahren. Ja, wir haben ja begonnen. Hast du doch die Faust dabei geballt? Ja. Geile Sau. Schmier. Halt, schmier. Ja. Oh mein Gott. Halt, schmier. Halt, schmier. Halt, schmier. Halt, schmier. Halt, schmier. Oh, der hat gerade auf einen Schlag wie ein Feuerball auf den Kopf. Oh. Ich glaube, der ist Hörnchen. Ich glaube, der ist Hörnchen. Oh mein Gott. Was für ein super Tag schon wieder. Oh, guck mal, die fahren wieder davon. Die Pange. Boah. Und hier sollen wir hinkommen? Ja, hier. Ja, der versteckt sich schon in der Stange. Moinchen. Hallo. So der, wo das hingeht. Ja, hallo. Moment. Ja, so jetzt. Soll ich dich anschnallen oder schaffst du es selber? Sei nicht so unnett. Ich glaube, das schaffe ich noch. Aber das Ansteigen fiel mir schwer. Ich müsste zum zehnten Parkhaus, bitte. Zum zehnten Parkhaus. Zum zehnten Parkhaus. Natürlich. Das ist beim Tiggi Lala. Ja. Da, woanders. Ich finde mich schon selber. Danke, Twinkie. War ein Problemchen. Ansteigen bitte. Boah, der sickt mich heute nur an. Ich dachte, ich werde angeschnallt. Was? So, er pinselt, schneid den Kunden mal an. Ernsthaft? Nein, ich mache allein. Ist okay. Mach halt eine. Und gib Trinkel. Ja, wie? Ich werde mich angeschnallt, aber soll Trinkel geben? Nein, dann komm mal rüber. Wenn du mich die Peintraus packst. Der ist so the middle. Rock dich auf die Mitte. Ist so the middle. Komm auf die Mittelkonsole, du geile Sau. Komm auf die. Komm nur her. Oh mein Gott. Was ist das für ein Taxi? Aber weißt du, was geil wäre? Kann das sein, dass es so nie so ein Fake Taxi ist? Weißt du? Binky, weißt du, was du üben musst? Du musst üben, wenn wir durchs McDrive fahren, dass du die Tüte mit der Peitsche... Boah, ja. Reinsaugst. Oh, ja. Reinsaugen, ne? Mit einer Peitsche. Reinsaugen, ja. Aber wo ist hier ein Drive hin? Reinkiefen. Oh, ich weiß, wo einer ist. Wo denn? Achte. Das ist deine Nähe. Wir fahren da quasi vorbei. Okay. Oh, mir ist so unfassbar warm und wir haben keine Klima. Ich hol mir auch was dann. Kein Problem. Können wir noch ein Drive fahren. Da gibt's einen Drive hin? Ja, ja. Oh. Wom steigen wir dann immer aus, wenn wir erst umgehen wollen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wo ist denn das? So aussteigen, wenn man einem Taxi leben kann. Ich nehme ihn abkütteln. Déjà-vu! Oh Gott, wir werden sterben. Oh mein Gott, der Radfahrer wird schon. Oh mein Gott, Platz da! Ich bin der Kampf für meinen guten Fahrstuhl. Ich bin der Kampf für meinen guten Fahrstuhl. Oh mein Gott! Der ging daneben. Ähm. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Was? Na, spürst du das? Oh mein Gott. Nee. Hier ist mich weggetreten. Oh mein Gott. Nur noch wir beide. Und jetzt bist du allein, Pinsel, weil ich muss Pibi. Ich geh kurz zum Klo. Nimm doch Stinkepäckchen. Macht eine Kippe und geht was essen. Ganz kurz zur Werbeunterbrechung. Ohne Werbung. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das wird diesen Sommer richtig schwer, hier zu streamen oben. Was macht der da? Was machst du da? Ich guck mir die Sterne an. Wie viele Sterne siehst du? Warum musst du schocken? Pinsel. Ich sehe fünf. Ich sehe fünf. Ich sehe ganz viele. Ja, ich komme nicht herum. Ich muss auf jeden Fall ein Klima kaufen. Sonst wird das nicht möglich sein, im Sommer hier zu streamen. Alfredia, vielen lieben Dank ebenfalls für den Zapf und herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, der Sobio. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Willst du meinen Busch sehen? Ja. Ja. Hast du mich gerade... Was machst du, Junge? Hä? Ich dachte, du wolltest mir mal zeigen. Ich hab doch meine Kapi abgenommen. Oh, ach so, den. Du bist mein bestester Freund, ne? Ja, du bist ganz frech heute schon wieder. Tut mir leid, ich will nicht frech sein. Fühlst du dich ein bisschen unterdrückt? Warum? Fühlst du dich ausgeschlossen? Nein, aber du musst nicht so frech sein. Okay, gib mir mal ein Beispiel, wann ich so frech war heute. Ja, okay. Ja. Ja, ich hör nichts. Dann weiß ich nicht mehr. Ja, siehst du? Guck mich mal an. Ich sag dir dann. Ich bin ganz frech. Ich bin immer super lieb. Und super süß. Ah. Ich bin sexy Motherfucker. Ich bin Sex-Hüpfburg. Du bist sauer auf mich? Nö. Bin ich sauer auf dich. Okay. Warum sollte ich sauer sein? Keine Ahnung. Wieso? Nur so selber. Willst du da oben catchen? Nee. Komm. Komm. Auf drei. Eins. Zwei. Gewonnen. Das war Bescheid? Nö. Ich hab einen bei den stärkeren Daumen. Deine ist auch wie zwei von mir. Das stimmt ja gar nicht. Guck mal. Doch, guck mal. Du bist so viel größer an. Da fährst du einen doppelt so langen Daubennagel, du Ekling. Ja, weil ich liebe Gitarre zu spielen. Und das muss man so. Ach ja. Das auch. Aber so lang ist ja gar nicht. Kannst du Gitarre spielen? Ja. Ich kann auch Gitarre spielen. Ich kann wirklich Gitarre spielen. Okay. Aber meine Gitarre zu Hause fehlt schon seit zwei Jahren eine Seite. Und ich hab noch keine neuen Seiten bestellt. Verstehe. Also ich... Ja. Ich kann Gitarre spielen, aber nur bestimmte Lieder. Ja, welche? Das ist jetzt schwer zu klären. Also angenommen... Kannst du Wunderwohl? Nein, aber ich war mal... Vor Jahren war ich doch mal in einem Kindergarten, als ich noch klein war. Ja. Also vor zwei Jahren? Genau, und da hab ich das gelacht. Ich kann zum Beispiel von... To listen to the world, I said... Hey, you saw some... The same little jokes. Kennst du das? Ja, das von Tupac. Nein, das kann ich nicht. Tupac Amuru-Lubi-Shakur. Nein. Du hast einen Riesendaum. Ja. Ich hab nur was anderes, was riesig ist. Nase. Mein Nasenhaar. Ich nenne es Jeremiah. Jeremiah. Meine Nasenhaare, die mach ich immer mal am Feuer weg. Warum? Aber es tut doch weh. Ja, aber nur einmal. Also ich will eins und ziehen. Manchmal mach ich das auch. Ich halte, bis die ganz lang sind, dann dribbel ich die so zusammen und dann reiße ich die raus. So wie von Patrick, der dann so einen riesen Pinsel hatte? Ich kenne keinen Patrick. Echt nicht? Guckst du keinen Fernsehen? Guckst du Fernsehen? Klar. Fernsehen ist Volksverblödung. Warum? Weil die nur Scheiße im Fernsehen zeigen. Ja, weil ich gucke am Fernsehen Netflix. Ich auch. Ja. Aber das ist ja kein Fernsehen gucken. Na doch, ich gucke das im Fernsehen. Nee. Guck das, der Marco. Guten Tag. Hallo Marco. Fast. Ja, meine Frau Twinkie fehlt. Aber du wolltest ja hier nur ume Ecke, ne? Äh. Ja, ist noch ein bisschen. Ja, nur ein Stück. Weil die Twinkie macht das nämlich mit der Abrechnung. Oder wir machen das schwarz. Ich warte gerne. Das ist kein Thema. Wir wollten ja noch in den Drive-In fahren. Das ist ja... Ja, boah, dann ging's doch wieder. Oh ja. Oh. Hast du Blinke-Schuhe? Nee, die blinken nicht. Nee, leider nicht. Aber die hatte ich auch mal. Ich kaufe dir mal ein paar Blinke-Schuhe. Ja, die hab ich sogar. Oder Crocs. Oder Crocs. Oh ja, die sehen. Ja, ja. Kannst du Gitarre spielen? Ja. Machen wir wirklich? Ich kann Gitarre spielen. Hast du eine dabei? Ich hab's dabei. Hast du einen Kopfraum gepackt? Ich hab nicht geguckt. Mir hat er nicht. Ich... Wenn ihr mich zu Hause absetzt, dann kann ich gerne eine holen gehen, aber ich hab jetzt keine dabei, ne? Kannst du Klavier? Ja, weniger gut. Nur ein bisschen. Hast du einen dabei? Wenn ich keine Kitarre habe, dann hab ich auch kein Klavier dabei. Da ist es schlecht. Habt du einen Dijeridoo? Ich was? Ein Dijeridoo? Was ist das denn? Sein Blasohr. Nee. Hast du einen Tee-Angel? Nächster von dabei. Nein. Hm. Kannst du ein Kajum? Kannst du Beatboxen? Beatboxen? Ja. Ach du Scheiße. Ich... Sehr amateurhaft. Oh ja. Hm. Das. Ja, ja, ja. Ähm. Auch nur amateurhaft. Sehr schlecht. Keil. Nicht so gut wie er, glaub ich. Ich kann das überhaupt gar nicht. Doch, mach, mach, mach. Nee, das ist doch nur bist du bekifft. Bist bist du bekifft. Ja, mach mal. Bist du bekifft. Bist du bekifft. Ich kenne doch die böse Katze. Die Katze. Wir haben echt keine Hobbys. Nein. Ja. Kannst du singen? Pinse, was hast denn du für eine Marmelade gern? Marmelade? Ja. Boah. Äh. Ja, da wurde ich schon mal gezogen, was vor zu singen. Ich könnte es nochmal probieren. Wenn du Gitarre spielen kannst, dann kannst du auch singen. Hey, aber du bist nicht Frack Friday, ne? Nee. Nein. Ja, ich bin Frack. Ja, ich bin Frack. Ja, Frack Friday hieß der. Frack Friday, glaub ich. Nein, der heißt Frack Man. Oder Frack Man. Oder Chicken Fry. Frickin, chicken, frickin, frickin. Was soll das denn? Das war meine Lache. Bist du ein Dings? Ein Gizmo? Was? Bist du so ein Gizmo? Nein, glaub nicht. Ich weiß es nicht. Warum lachst du? Ich lach sehr gerne. Lachen ist ungesund. Was? Genau das Gegenteil. Davon kriegt man Bluthochdruck. Oh ja, stimmt. Das pocht ganz schön. Ich merke das schon. Sag mal, hast du da im Busch geschissen? Ich höre die ganze Zeit eine Mücke. Eine Mücke? Oh ja, ich höre auch die. Ich höre auch irgendwo rechts. Schick ihn vor, schick ihn noch. Warte mal. Nein, ich habe Pinkel nur. Hey, wo ist die Riegel selber? Wir haben... Da ist nix. Pinsel, pass auf, die Zeitung beobachtet uns. Oh, ich habe auch noch was anderes. Baby Twinkie! Wirst du ein Bürger? Hier. Oh, ganz schön. Wir warten doch in den Drive-In. Da gibt es Bürger. Ja, aber meine Frau, die ist schon wieder kracken. Die hat chronischen Durchfall. Die ist quasi ein laufender Springboden. Okay. Ich werde die wieder vom Schiff und runter schicken. Was geht, Bruder? Peanut, was geht? Du musst mich beeilen. Ich muss mich beeilen? Ja, wegen der Actionpüppchen. Ja, was soll ich machen? Twinkies kacken im Gebüsch. Und wir haben noch einen Fahrgast, den nach Hause will. Wie können ich los? Scheiße. Sag dem Chef Cody, du kaufst du mich eine mit. Das darf ich ja nicht. Das ist, als würde ich das denn machen. Ja, verkaufe mir die dann nicht. Aber es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute schon. Na, nur Meta. Hilfe. Die Hilfe. Ja, ich versuche die Leute aufzuhalten. Soll der uns mitnehmen oder was? Okay. Danke, Biggie. Kein Problem. Stell keine Fragen. Du bist der Mechaniker, okay? Alles klar. Hilfe. Radfahrer, Hilfe. Du kannst aber hier beatboxen und rappen, ne? Hab ich gerade gehört. Ich kann rappen? Ja, das war doch gut. Na klar. Ja. In meinem Haus lebt eine Maus. Ja. Bam. Boah. Kann schon. Und die Maus, die heißt Klaus. Und gib dir immer einen aus. Mach mal einen Weezy. Ich habe selber leider keinen 1.000 Dollar. Ach, komm. Sorry. Was ich nicht habe, kann ich nicht leihen. Was hast du denn? Wir müssen den Mann hier bezahlen. Der wollte nicht so Taxi-Ganzmann. Ich habe noch, keine Ahnung, in der Tasche habe ich nichts dabei. Darf ich mal gucken? Nee. Ich bin bestimmt weiß. Mach mal einen Weezy. Ich nehme auch Essen und Trinken. Habe ich auch nicht. Kannst du keinen Weezy? Oh Gott. Ich kann einen Weezy doch. Zeig mal. Zeig. Mach mal einen Fickflack-Overdack. Okay. Und da ist ein Gefahr. Der hat wohl die Kontrolle verloren. Ja. 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 Oh mein Gott. Das ist schon ein Scheißhaus, ja? Was? Das ist ein Vorfühlfekt. Ich weiß. Vielleicht kann ich es doch nicht. Ach, 8 von 10 gegeben. Naja, ging schon. Ich kann ganz wahrscheinlich nicht. Ach, da hast du ein bisschen weh, aber geht. Anscheinend kann ich es doch nicht. Aber willst du mal wissen, wie das geht? Nee, ich probiere das einfach weiter. Irgendwann kriege ich das dann. Ich weiß ja, wie es ungefähr geht. Du musst einfach nur das Lenkrecht nach oben ziehen. Die zwei können dir das sonst auch mit dem Taxi zeigen, wenn du in die Video gehst. Mit dem Taxi? Das soll ich sehen. Zeig es mal. Nein, dann werden wir gefeuert. Nein, dann können wir erdrehen. Eben ging es noch. Twinkie. Mann, oh. Achso, wenn ich euch hier eh gerade mal da habe, wo gibt es denn hier irgendwie Boden zu wohnen? Wie meinst du Boden? So? Was für Boden? Boden. Also, keine Ahnung, wo man sich schlafen nehmen kann. Dann komm mal direkt da. Am Stadtag gibt es Hotelzimmer. Hier gegenüber ist ja auch eins. Und das da ist auch ein Hotel da. Ja, da ist schon ein Pool im Garten. Okay. Wo ging es da? Wo kann mir das? Muss ich da einfach rein und mir das Zimmer da mieten, oder wie? Na, du gehst hin, guckst, ob da jemand wohnt. Wenn keiner da wohnt, mietest du das einfach. Und schon wieder Gangster. Aber, also, ich war länger nicht mehr in der Stadt. Also, früher haben die einen nie reingelassen. Ich musste mal vor dem Hotel schlafen. Ja. Hat sich nicht geändert, oder? Ach. Weißt du, du gehst hin und unterschreibst einfach Mietvertrag und dann gehört es dir. Echt? Oh, da ist mein Kollege. Ich glaube, da hängt so ein Gesicht vor, also mein Gesicht. Ich glaube, die lassen mich nicht rein. Ach, doof. Trinny. Das ist ja Bescheid. Moinchen. Dann, ich weich mal weiter. Ja, ich hab mich vorhin mit den Pfarrern. Ja, ich hab mich vorhin mit den Pfarrern. Ja. Ui. Auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Ey! Aua! Was ist das denn? Was ist das denn? Der Scheiß. Trinny sitzt vorne. Die Kunden sitzen hinten. Aua. Das kann man mir auch sagen. Hast du gesehen, wie die dich gepackt hat und aufs Maul gezogen hat? Ja, ich war dabei. Das ist mein Mietvertrag. Oh, geil, oder? Wo geht's hin? Ja, du willst doch zu nach Hause kommen. Nein, nein, nein. Ich hatte gerade ein... Sag nix. Das ist alles okay. Sag nix, du laufender Mietvertrag. So, jetzt... Warte, warte, warte. Schweig. Ja, hier, geradeaus. Schweig in N. Dann gleich jetzt links. Das ist nicht... Oh Gott, was? Aua. Du hast gesagt links. Ja. Auf der Straße, man. Wir nehmen alles hier sehr genau. Oh Gott. Das Navi sagt doch auch vorher links. Jetzt links. Wohin? Links. So, und jetzt da links rein. Guck da, drive in. Da steht der Betrachtru. Love. Hallo? 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 Bestimmt erste Schalter. wieder zu müssen zum Zweiten. Hallo? Hallo? Wie, die Milkshake-Maschine ist kaputt. Oh, ich hasse mich. Immer das Gleiche mit euch. Ich wollte doch nur ein Eis haben. Warum ist die Eismaschine kaputt? So ist ein Sauber. Aua. Entschuldigung. Boah, aber so ein... Boah, das wäre ja mein Traum. Oh, 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 oh. Scheiße. Doch, kein Burger. Gehen wir bei Cody was essen. Oder hier bei... Ja, gleich gibt's Actionfiguren. Stimmt, Biggie hat schon angerufen. Ja, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Oh, doch. Unterbauch. Hintermarsch. Wir haben das Ziel erreicht. So, dann kommen sie mal. Tschüss, Marco, und schönen Abend, Milo. Ja, Calvin, danke schön für die Prime im Achten. So, das Marco sieben dann 2.200 Dollar, allerdings ist trinket Pflicht. Jetzt mache ich Ventilator an, ganz hinten in der Ecke des Raums. Trinket Pflicht. Mir ist übel kalt. Wenn ich beim nächsten Mal vorne sitzen darf. Ja, okay. Sicher? Ja. Mir, wenn ich... Hier, hast Trinkgeld. Okay, so. Dann kommen die aus ihrer Rechnung. Super Trinkgeld. Tschüss, Chris, Antim, viel Spaß. Alles klar. Supi. Tschüsschen mit Tschüsschen. Merk dir, Janik darf vorne sitzen. Okay, Janik darf vorne sitzen. Alles klar, Kassen. Sieh zu. Hau rein, Marco. Hau die doch nicht immer alle. Entschuldigung. Nachher wollen die noch dafür bezahlen. Der wollte das. Die Stadt ist unberechen, man. Nachher wollen die dafür noch bezahlen. Man weiß nie. So, und jetzt aber rabberadaps. Wohin? Actionfiguren. Burgers. Jetzt aber gute. Boah, wie roll ich? Was roll ich? Jetzt hast du dir ins Gehirn geschoben. Das war kein Popel. Ach, komm. Dann pass mal auf hier. Déjà vu. Oh mein Gott. Da stehen sie wieder, die Gangster. Sie lernen doch was. Ich glaube, da saß keiner drin. Doch. Ich hab einen ankannt. Wer war denn das? Jemand mit der Maske. Verscheidt. Déjà vu. Ach, der Angeber. Nur weil du kein Auto fahren kannst. Oh, 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 oh. Ach, komm. Da hast du mich schon wieder gedäst. Ja, wenn du meckerst. Du olle meckerst, Siege. Boah, ich krieg da Blutungen. Du kriegst gleich Blutungen? Schnell. Halt mir den Platz frei. Halt mir den Platz frei. Hey, Biggie. Hi. Halt, Herr Nischung. Hallo, Herr Nuri. Danke. Ich bin ein paar, die sich getrennt haben und jetzt halt ich fest. Jetzt kommt das klasse. Bluthoff. Danke. Du stehst an der falschen Position in der Schlange. Stell dich hinten an. Haben wir, oder? Wir alle anstehen. Wir haben ja extra frei gesagt. Wir sind genau 10. Ich habe extra geguckt, dass es keine kommt. Wir sind genau 10. Was geht Twinkie? Oh, 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 dies und das. Also, heute viel Spaß. Das ist wichtig. Wir haben dich schon gehalten als Twinkie, weil du länger nicht da war. Alles gut bei dir, Peanut. Hey, was geht ab, du? Ja, nicht viel. Ich kenne dich gar nicht so. Mit offenen Handen, siehst du richtig crazy aus. Danke. Oh, ja, wie... Oh, Twinkie ist auch noch wieder da. Du warst auf Toilette, die krassen Durchfahrer. Also, das wollte ich einfach nicht aufhören. Also, wirklich. Ich habe mich noch nicht ganz davon erholt. Muss ich... Oh, juckt's. Oh, nein, Gott. Oh, nein, Gott. Oh, nein. Oh, nein, Gott. Alter, muss das sein? Oh, wie, lieber langsam noch da. Danke, Roni. Jetzt riecht man kaum was. Roni, du hast ganz schön Mut, sag ich dir. Kann man da die Fenster öffnen hier? aber schön dass ihr da seid das freut uns wunderschön wieder hier zu sein, schönere wunderschöne Gesichter wieder zu sehen oh das hast du reichen, ja auch ein Gedanke, danke ja, sieh wieder voll fit aus meiner Alte und du wolltest schon noch mit Herrn Juri kreischt ja, aber wir müssen uns kurz anstellen was hat sie, was die andere nicht hatte ja, jetzt geht er Herrn Juri, nicht abhauen Herr Juri ich komm wieder ok komm, der ist nicht verliebt ich bin verliebt in ne falschen Mädchen du hast schon wieder kein T-Shirt an ja, die sind alle zu klein immer zeigst du jedem deine Nippel das ist wirklich sexuelle Belästigung fast schon ja, aber das ist gute sexuelle Belästigung er bringt viel Finkel nein, nein, nein warum ist das eine schwarze Kacke? ähm was? warum ist das eine schwarze Kacke? wer ist die schwarze Kacke? der schwarze Schön mit dem Totenkopf ach so, ja, weil das ist Kacke Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Respekt das ist Kacke, jedes Mal dasselbe T-Shirt zu tragen also ich hab nen Freund, der hat immer nen Roten an ja, und der stinkt auch wohl der Kicke ja genau, der Kicke ich weiß warum, ich weiß warum ja, ja gut, wann soll ich sagen ja, du trägst auch immer die bunten Klamotten ja, man darf doch mehrere haben, oder? aber daran erkennt man nicht auch man darf doch mehrere haben, oder? nein, darf man nicht ja, an diesem strammen Bauch erkennt man dich auch du solltest immer nen Bauchnappiercing machen nein, auf keinen doch so ne runterhängende Sonne oder so hey, weißt du, was du da machen kannst? oder wo du deinen Hamburger dranhängen? die sieht aus ah, der waffelt du bist ein kranke Schweinpinsel oh, halt dich zurück, Pinsel wo, 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 sorry, girl wir haben auch hier ne Peitsche mit aber, Pinsel, war es der oh, Dennis kommt zurück warte kurz wer ist Dennis? hm? ähm, Dennis ist der Freund von wieso hat er Rollschuhe? ja, aber der cool wow, und ein Inliner die Juri, ne? war das der Architekt? mhm ja da muss ich mit ihm auch gleich reden warum? wegen meinem Haus wegen uns und ey, hallo, das wird teuer ich muss erst andere Sachen kaufen ich hab das hier geteilt ja, dann kannst du das alleine schon an ich muss mir andere Sachen kaufen nein, ich will ja nur wir können bei uns einziehen, wenn ihr wollt wo wohnt ihr denn? wir wohnen beim Herrn Juri zu Mieteln im riesengroßen Villa wow mit Willi, Pinsel, Twinkie und ich der Willi ist jetzt mein Adoptivpapa der Willi hat mich adoptiert der nimmt sie alle wir adoptieren alle du hast 3 Sekunden auf den Baum zu gehen wir können uns gleich mal unser Haus zeigen alle echten Pümmchen weg auf jeden ey, die drängen einfach nein, nicht voll drängeln hier alle in eine Reihe die ersten 5 können stehen bleiben und die anderen gehen bitte rechts in Kasse 2 komm, wir gehen rüben ich mach gar nix ich mach gar nix hier sind sich keiner vorgedrängelt ne, das passt ok 1, 2, 3, ja wir sind ja schon soweit komm mal her ähm, onion rings äh, bacon burger hab gar nichts gemacht Cody, du musst schon den Alarm in Kapi spielen äh, du wüsstest du das hier äh, ich weiß ja nicht ob ich dich noch drücken darf äh, ich weiß ja nicht ob ich dich noch drücken darf äh, ich weiß nicht ob ich dich noch drücken darf ich hab eine ich hab dir müde oder ist mein Chat kaputt was für n dumme Frage chicken burger chicken burger ee scho oder n ee twinkie und n erdbärmischchen ok zu wechselst du noch zwischen bananen und erdbärmischchen aktualisieren ja, oder Vanille und ganz selten Schoko jetzt geht Ja, moinchen. Was darf denn ich sein? Ich hätte gern ein Goodies-Menü. Okay, mit was? Mit einem Segel-Burger mit extra Käse und extra Soße. Also wie immer. Ja, richtig. Dann hätte ich ja Maiskolben dazu. Maiskolben? Mit einem Schokolade und ein Trinkpäckchen. Trinkpäckchen? Und ein Schoko-Shake. Schoko-Shake? Und welche Süßspeise? Mit Twinkie, natürlich. Süßes. Dankeschön. Sag, der Nächste bitte. Ich krieg das Gleiche wie Twinkie. Okay. Aber ich will nur ein Püppchen, ne? Ja, klar. Sonst komm ich dir da rüber. Oder schaffst du jemanden Tresen? Okay, ich bekomm das Gleiche wie Twinkie, bitte. Gut, gut. Herr Lurie. Ja? Ich bin bei Schliebeblieben. Irgendwas mit Frau Ospalito. Ja. Wir haben eine Frau abgeholt. Okay. Und die wollte zur Garage. Dann das Helm. Das war der 5. Gut, gut. Wir sind aber langsam gefahren. Und dann haben wir die ganze Zeit gemeckert, weil wir zu langsam gefahren sind. Und die meinte, ich habe Termine und so. Dann sind wir da auf die Garage drauf gefahren und da war gerade eine Geiselnahme. Und die haben uns dann da weggeschickt mit Waffengewalt. Dann sind wir da abgehauen und haben unten gehalten und die Frau ist ausgestiegen. Hat die Rechnung bezahlt und ist dann wieder da hingelaufen. Und vorher hat die uns gesagt im Auto, dass sie bei Connect schlechte Bewertungen gibt. Und dann haben wir die gesucht bei Connect. Ist sowas für You Life. Und dann haben wir einen richtigen Namen rausgefunden. Haben die verpetzt beim Onkel Dieter. Die gute Abigail. Die gute Abigail. Okay. Wenn man, also, wenn sie sonst nichts Besseres zu tun hat. Dumm wie Brot. Ja, das ist viel teilweise nichts Neues. Dumm als Brot. Und Herr Nuri, das ist der Biggie, das ist unser Kumpel. Ich bin der Biggie, das ist meine Frau, die auch nicht. Brübel. Vielleicht lassen wir den Biggie auch bei uns wohnen, da kann er mit die Wiese und die Hacker machen und so. Siehst du, apropos wohnen. Sag mal, schaffst du es, dich an Termine zu zu halten? Na klar. Sicher? Natürlich. Was ist jetzt davon, wenn wir dir das Grundstück überschreiben? It's only a game. Why you have to be mad? Ich glaube, du hast ihn ausgenommen. Bitte einmal in Gang drei, wie schön. Oh nein, oh nein. Ich brauche einen Schneegallchen. Oh. Okay. Aua. Mach nochmal. Mach nochmal. Oh okay. Aua, nicht zu fäng. Aber warum denn? Ich kann nur zur Miete wohnen. Ja, dann brauchst du keine Miete mehr zahlen. Ich habe bisher noch nie Miete gezahlt. Um ehrlich zu sein. Stimmt, da war was. Ja, aber da muss ich nicht dran denken, dass du verlängst. Ich kann, wir können ja auf das Haus aufpassen. Warum gehen sie im Ausland? Eventuell ja. Warum? Ja, Bauschwierigkeiten, ne? Lieferprobleme. Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum? Ach nein, Juggi, Sie gehen doch hier nicht im Ausland. Bleiben doch hier. Jetzt machen sie mal nicht so ein Heck mehr hier. Möchtest du einen sauren Grünbärchen? Nein, danke. Ich muss noch fahren. Oh, gleich wird dir wieder schlecht. Ja. Immer wenn ich dir esse, wird mir schlecht. Nein, wir müssen nur mal gucken, richtig. Wir können halt aktuell nichts mehr machen. Ja. Wir können keine Ausbauten machen und nichts. Was geht, Juggi? Ja, ist doch wie ins Ausland gehen. Wenn Sie wollen, passt mir doch auf, aber wir lassen noch Biggie und so Leute wie Biggie und Tony da einziehen. Wie gesagt, wir können auch Termin beim DG machen, da kann ich euch das überschreiben, das ist kein Problem. Heute? Ich weiß nicht, ob heute der Herr Parks da ist. Wer ist? Welcher Park? Parks. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, ich mich leider schon. Weil wenn der da ist, dann, ja, entweder es ist jetzt gut, oder ich halte irgendwie aus. Dann dauert es nicht so lange, dann geht das besser. Wissen sich schneller. Fünf Sprunk und fünf ICT-Watermelon. Fünf Sprunk und fünf ICT-Watermelon. Oh, dafür ging es da. Tiptop. Perfekt. Drei ICT-Watermelon. So, ihr zwei. Und fünf Koda. Wo ist mein Food? Fünf Koda, ja. Ist das? Juri, hast du mein Puzzlein? Danke. Ähm, grad nicht. Oh, schön, Siffi. Aber Bigi, du hast doch gerade gehört, die haben Liefer-Schwigkeiten. Der Pannuri kann nichts bauen. Ja, gescheuert. Heute Zeit, mein Gebeck, wirklich. Ich freu mich, man fragt, was ganz teuer ist, um bei uns von dem Haus. So, zwischen einem Dollar und 100 Millionen. So, mach das 2.000 Dollar bei dir. Ja, dann mach, ähm, drei. Ich bin immer nett, ne? Ja, schon, so ein bisschen. Ja, da lasst er schwecken. Danke. Wo ist mein Püppchen? Da. Da wurde ich die Klage und so weiter. Ja, hab's. Hab nicht gemerkt. Hast du das in der Bauchhalte versteckt, oder was? Ah, lustig, so schnell klatschen. Ja, zugeklatschen. Was willst du? Willst du ein Kämpferticket haben für morgen, oder was? Morgen ist ein Kampf. Das ist schon. Morgen ist Kampf. Hast du kein Zuschauerticket, oder was? Nee. Ist OG Toasty auch wieder da? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich glaube nicht. Aber wir haben zwei andere Ecks. Dann komm ich nicht. Eben wie so eine Gitarrenspielerin. Nö, wenn kein OG Toasty da ist, komm ich nicht. Ja, Roddy tritt halt auf. Dann versteht Ronny halt nicht. Ich drücke dir die Daung. Ja, wenn nicht, dann machen wir gleich du. Ja, aber das ist ja auch dein Job. Ja, mach das. Den kann ich ja nicht ausführen. Ja, das ist ja das Problem. Ja, deswegen sag ich ja, wenn dann nichts mehr reinkommt, dann machen wir halt so ganz einfach. Aber ich möchte nicht, dass da auch nichts los ist. Das ist doch kacke. Ja, bin ich gerade schon. Ja, hey, Juri. Ja, gut, das stimmt. Du brauchst nicht mehr arbeiten. Guck dir den mal an. Bist du sicher, dass ich nicht mehr arbeiten brauche? Aber ich will ja arbeiten. Du hast genug Geld, bestimmt. Zugzeuge sind teuer. Egal. Komm, mach bei uns mit. Wir machen Privatdetektiv auf. Ich glaube, das ist nicht so meine Riga. Wer? Warum? Privatdetektiv. Ja, weiß nicht. Pinsel, du Arsch. Da muss man ja arbeiten. Pinsel. Na klar. Kurze Frage, ist Jiggy heute hier? Mhm. Der läuft hier irgendwo rum. Ach so. Das soll da hinten irgendwer. Hallo, Dicker. Dankeschön für den We-Sub im 26 mit Prime. Grüße rinnt, was geht. Und du wolltest, was geht. Danke für den Prime. Ich habe eine Begleitung für morgen, die ich dir zeigen wollte. Wie machen wir das mit dem Eintrag? Wir können dir das gleich mal zeigen. Du musst aber mit den Rasenmähen dann, Biggie. Das ist kein Problem. Willi, Birn, der Pinsel, Twinkie und ich. Und Oma Turtle. Wir müssen uns da um die Grünflächen zu kümmern. Apropos Willi, ne? Der hat den Rasenmäher. Ach, es geht nicht rein. So? Ja. Pinsel, warum hast du uns nicht erzählt, dass du morgen aufgetast? Ja, was? Die Frau hat Hallo gesagt. Warum sagst du mich halt zurück? Reiche Frauen. Oh, nö, bitte nicht. Was denn? Liegt der Samir? Nee, ich glaube nicht. Das ist für die Luft. Ja, hier stinkt. Das riecht lecker. Boah. Wo gehen sie den Urlaub machen hin, Juri? Ich weiß das noch nicht. Mal gucken. Wie wär's mit Alaska? Nee, da ist kalt. Kanunde. Wie wär's mit, ähm, Barcelona? Barcelona? Hallo, was kann ich denn, was ich tun? Oder in die Schweiz. Oder in die Schweiz. Da ist es ganz gut, wenn man viel gehen kann. Oh, einen Moment, bitte. Was ist die Schweiz? Weiß nicht, Schweden, da alle so viel? Ist das eine Stadt? Das ist ein Land. Ein Land? Ja. In Amerika? Nein. Aber er muss doch nicht in Amerika bleiben. Weg, Becci, und wir haben einen Kunden. Oh, ne, okay. Ich darf mich nie unterhalten. Biggie? Ja. Ich call dich gleich. Ja, ruf mich gleich an. Und Herr Juri, wir kommen, glaube ich, gleich wieder. Ja, wenn ich nur noch da bin, dann bis später. Nicht, aber ohne mit Tschüss zu sagen, ne? Ja. Ja, was ist denn mit meinem Flugding, was ich machen sollte? Ja, das steht noch alles. Okay. Slava arbeitet hier weiter. Nicht mich verlassen. Hast du gehört, was der gesagt hat? Nö. Nein, 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 nein. Pfff! Pff! Also, im Glück, ich bin's da. Pixeln, danke schön, du bist am vierten auf die Erdnuss, fertig, los, das geht und hallo. Danke schön. Zum Cubist-Diner. Cubist-Diner. Oh, da war ich schon mal bei, die haben wir geschlossen. Ja, hallo? Ich wollte Feschy holen. Oh, irgendwie ist sie bei 100 Grad. Hallo? Hallo? Hier beim Taxi. Hallo? Sprechen Sie bitte nun. Hallo. Hallo. Hier ist Twinkie vom Taxi. Was gar nicht. Ja, wo ist das? Dankeschön für den Prime 13. Vielen lieben Dank für den Port. Ja, das ist Taxi. Hallo. Okay, wir haben... Ja, okay. Ja, okay. Welches war das nochmal? Alles gleich, schick jemanden. Ich glaube, wir sind falsch. Wo war'n das nochmal? Hallo? Warte gut. Okay. Oh, nix was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles gut. Boah, nix getroffen. Supi, dankeschön. Tschüsschen. Hallo. Es ist rechts vor links. Wir hätten sowieso alles müssen. Hallo. Alles gut. Nächstes mal ein bisschen aufpassen, Jungs. Oh Mädels. Rechts vor links. Nein, das ist doch meine Schuld. Trotzdem haben sie die Kurve geschnitten. Oh, das hab ich nicht mitbekommen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ich hab' den Jungs. Da hab' man fast einen unbebracht. Ja, aber nur fast. Coop deiner. Coop deiner. Coop dubi dub dub. Eine für neu. Boah, ich überlege, ob ich gleich schon schlafen gehe. Ach, du bist ein Lutscher. Warum? Heute ist es einfach schon wieder komisch. Hä? Okay. Geht doch, geht doch. Ach komm. Krieg ich noch einmal Kopfschmerzen, dann komm ich gar nicht wieder. Bleibst du dann im Gebüsch? Ja. Komm dann rein. Oh mein Gott. Ich muss nur einmal die Beitschel noch mein Selbst ins Gesicht haben. Man hältst ja auch von mir. Ich kann man ja nicht drauf. Hallo. Hallo. Hat das auch immer aufheben, dass es gut sein muss? Boah, das ist ja immer ein Witz. Ich soll einen Witz erzählen? Ja, sagen Sie erst mal, wo Sie hinwollen. So verwahrstelle bitte. So verwahrstelle bitte. Ja, die normal. Da muss ich noch mehrmals hin. Alles klar, ja. Hast du gestern Party machen? Ich? Ja. Hier kann man nur Fäschi kaufen, ne? Fäschi, ja. Kannst du mal einen Witz erzählen, bitte? Aber ich kann nicht so gute Witze. Erzählen Sie jetzt einen Witz. Meistens, wenn ich die erzähle, dann knallen die gegen das Schienbein, weil die so flach sind. Erzählen Sie jetzt einen Witz. Was? Boah. Hallo. Oh mein Gott. Das war knapp. Äh, äh, also. Oh, oh, die spannt die schon wieder. Erzählen Sie. Moment. Hey, 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 jetzt schlagst du doch hier nicht wieder auf Heitsche, aber... Ich springe einen Zug erarbeitet, mit Zirkus auch. Hm. Aber ich springe Menschen durch den Feuerreifen. Ich hab' noch nicht gedacht, Sir. Komm an, ich kann doch keine Witze. Ach, hey. Kann nicht unter Druck. Du licks auch. Komm hier, mein Hase. Weiß mal ihn mal ab und dann erzählst du ein Witz. Wo soll der abbeißen? Hier, an dem Burger. Ach, nehm. Ich dachte schon. Kost, vielleicht noch was zu trinken. Ich hab' noch was da gehört. Massier den mal, der muss sich entspannen. Dankeschön, Pinsel. Oh, MSO5. Voll Twinkie, du Ferkel. Entschuldigung, das tut mir leid. Alles raus, was keine Miete zahlt, oder? Alles raus. Also wir, wir haben noch nie Miete gezeigt. Das stimmt. Oh, mein Gott, mein Gott. Oh, mein Gott. Voll das ganze Auto vibriert. Oh, ich hab's überlasen. Ihr sind ganz gekommen. Dankeschön. Kann sein, dass ich gleich nochmal anrufe. Wolltst du noch einen Blickkantchen, bevor du gehst? Ich überleg' mir für nächstes Mal ein, ja? Oh, Gnadegott, wenn nicht. Äh, Bombe, dankeschön für den Pre-27. So, das machen wir uns um 650, aber dieses Trinkgeld fliegt. Bobby! 2000er, das wär' doch gar nicht nötig gewesen. Aber wir arbeiten schon wieder viel zu lang. Das stimmt. Und zu intensiv. Weiß man nicht. Überleg' uns mal einen Namen für so eine Detektivfirma. Ja, Wurstwasser. Wie, Wurstwasser? Wurstwasser. Warum? Nein, wir gehen das nicht anmelden, wir machen das undercover. Aber wir brauchen den Namen. Wie? Warte, er wird uns dann sagen, dass wir das anmelden müssen. Ach, Quatsch. Du, sag du dem Dieter das mal, Twinkie. Aber wir brauchen vorher noch einen Namen. Ja, nein, brauchen wir nicht, wir meinen das sogar nicht an. Oh, Biggie rupt an. Ja, Biggie? Aber dann wollen die doch den Ausweis sehen. Bicke, ja, dann hau einfach ab. Ja, haut ab. Alles klar. Äh, ja, Speckbäckchen. Der Biggie wird sich gern unser Zuhause anschauen. Ja, kannst du dem beschreiben, wo der hängen soll? Ähm, wisst ihr ungefähr, wohin? Ähm, das ist... Äh... Also... Also, wenn ihr... Also, da ist ja Parkhaus 3, ne? Na, da, genau, so, und da fahren sie ganz weit, so, nördlich, die Straße entlang. Das ist hier so ne Tankstelle, äh, sehen. Und da die nächste, rechts. Und dann kommt nochmal rechts, direkt die Villa. Das ist Biggie. Ja. Okidoki. Äh, äh... Äh... Sag dem, wir sind jetzt nur Detektiv. Wir sind Detektive. Ja, mach ich. Und wir finden... Na, hallo, Angel Dieter, was geht aus? Ähm, pass auf. Na, wir hatten so ne... So ne Idee, und zwar, weil wir ja heute so superkrasse Detektive waren. Haben wir... Hör auf zu lachen! Ok. Haben wir gedacht, dass wir einfach Privatdetektive werden. Ja! Ja! Was sagen Sie? Ist das so ne gute Idee, oder nicht? Ja, nix und ich warte auf Ihre Antwort. Oh mein Gott. Ja. Ähm, ja, wie? Uuua! Ja, ist denn langweilig? Nee, ich bin einfach gerade kaputt, irgendwie. Dann geh doch schlafen. Ach, wir wollen niemanden umbringen. Wir wollen nur Hilfe. Hm, 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 hm. Pia, ist ne gute Idee. Hm, hm. Ok, ok, ein Moment mal. Ich hab dir gesagt, er ist ein Spießer. Wir müssen das anmelden. Scheiße. Nein, du sagst, wir machen das komplett an der Falle. Nee, hier würde er jetzt gar nicht mehr zu sagen. Aua! So, okay. Aua! Was ist da auf? Ja? Hauf mich mal zu hauen. Oh. Und was wäre da der Unterschied? Ja, ich glaube, der Pinsel langweilt sich. Ich sag, als du dritt im Auto rumzufahren, ist dir viel langweilig. Wir sind ziemlich unauffällig. Sag, wir tarnen uns als Gebusch. Ja. Ja. Pfff. Nein, nein. Aber ich bin kurz davor. Oh, okay. Wir haben erst gestern damit angefangen. Ist das immer noch da? Ja, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Und dann habe ich auch die Ziege geholt. Und ja, ja, ja. Das Schaf kommt morgen. Oh, das verstehen sie nicht. Dafür sind sie zu alt. Außer man kann ja nicht mehr Hörnchen nehmen. Naja, ich würde das mal mit meinem Speckbärchen, äh, bequatschen. Naja, Speckbärchen, in welcher Richtung soll das gehen? Ein Privataktiv. Ein Privataktiv. Ein Privataktiv. Onkel Dieter sagt uns, was sie wissen wollen. Also, pass auf. Sie sagen uns, was sie wissen wollen. Und wir besorgen die Informatisierung. Und wir machen Leute ausfindig. Und wir machen Leute ausfindig. Ja? Ja, zum Beispiel. Und Straftäter können bei uns oben ein Haus, können die Sozialstunden machen. Alles glächeln. Tschüssi mit Küsschen. Er ruft zurück. Er will sich da mit jemandem bequatschen. Dann haben wir zwei Jobs. Er so, ja, so als Taxifahrer. Und ich so, ja. Weil ich dachte so, da reden die Leute eh am meisten, oder? Klar, guck mal, der Typ von Grad hat uns erzählt, dass der heute noch ganz oft zu Dings muss. Ja, und die andere, die wollte zu ihrer Geiselnahme gebraucht werden. Eben. Wir wissen ja quasi alles in der Stadt. Alles in der Stadt. Harse Peter hat übrigens eine Freundin. Ich glaube, die ist Lilly. Lilly? Oder Sarah oder so. Ja, das liegt nah beieinander. Das kann man gern mal verwechseln. Kommen Sie bitte her? Ja, wenn er es findet. Ich meine, ich habe das gut. Ich habe das gut. Hast du deine Tür aufgemacht? Ich habe nachgedacht. Ist der Mund offen geblieben? Ja. 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 Pencil, danke für den, ähm, für den Raid. Du halt Schlappmacher, du. Und herzlich willkommen. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Psch, psch, psch. Psch, psch, psch. Dort oben leuchten die Sterne. Und unten da leuchten wir. ich finde ich finde das nicht weiß ich nicht finden so kaputt da oben von was es ist kein sauerstoff habe sauerstoffmangel okay okay Oh, da ist er doch, da ist er doch. Hi Biggie, ich dachte schon, ihr findet das nicht, oh mein Gott. Was zur Hölle passiert hier? Das frag mal mein Speck-Beckchen. Hi Specki. Ja bitte, bis gleich. Tschüss Schwester Kusch und Hallo Infinity, das ist Unity live. Ich hab die Leitstätter jetzt aufgegeben. Oh, gehst du auch schlafen? Nee, ich will nur jetzt nicht gestört werden. Ups. Wo ist denn unser Auto? Ja wahrscheinlich beim Taxi. Ach stimmt. Nachdem ich mich so doll darum gekümmert hab. Jeden Tag. Hier wohnen wir. Reiß nur die Tür auf, da fanden sie rum. Nein, Twinkie. Ach du Scheiße. Twinkie hör auf, du bist jetzt nicht mehr bei Dings. Im Fernsehen. Nein, hör auf Twinkie. Was ist das? Nein, hör auf das Auto. Aua. Twinkie, Hilfe. Au. Twinkie. Du sollst keine LKWs mehr schieben. Wir sind hier nicht auf DSF. Du kriegst kein Geld dafür. Das ist ja echt riesig. Alter, wie groß hier war. Ja, wir haben super viel Platz. Ja. Au, und ein Pool. Nein, das ist der Teich von Herr Schisch. Hallo Herr Schisch. Aber wir haben oben einen Pool. Krass. Alter, das ist riesig. Ja. That's just, that's what she said. Haha. Twinkie ist denn nach Hause? Also pass auf. Twinkie macht nun viel. Da links, da wohnt der Opa Willi. Ja. Da vorne die große Tür, da wohnen wir. Ja. Da rechts ist der Pinsel. Aber wir können den auch rauswerfen und woanders unterbringen. Ja. Du kommst mal nicht. Ich? Ich glaube, Shorty. Nichts. Wohl, der Lusch hat immer, wenn... Da. Der Lusch hat immer, wenn Twinkie und ich am Kämpfen sind. Ja, Mensch. Wo bist du ich? Ja, hier starte ich bald schon meine Therapie. Für dich oder für andere? Für jeden. Für jeden zugänglich. Hier habe ich schon einen kleinen Plan erstellt. Okay, ja. Mhm. Ja. Also ich müsste damit leben, dass ab und an vielleicht für ein, zwei Stündchen so Leute vorbeikommen. Das ist ja nicht schlimm. Boah, das ist schon eine Sauklaue. Oh, komm. So, dann gehen wir mal weiter. Da oben sind auch noch Wohnungen frei. Da wohnt auch ein omer Turtle. Mhm. Das ist unser Baum hier. Die Eichel. Die Eichel. Den haben wir gepflanzt. Als wir eingezogen sind. Die Eichel haben wir gefunden und behalten. Kann ich... Ich... Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin so müde. Ja. Und gehe dann schlafen gut. Gute Nacht. 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 Wir können den aber gerne benutzen, falls ihr wollt. Ich kann keinen Tennis. Wir können doch Fußballer spielen. Tischtennis können. Wir können einen Tisch reinstellen. Schläger sind auf jeden Fall da. Den nutzen wir meistens für was anderes. Ja, das ist unter anderem. Das finde ich gut. So, hier kommen wir zu einem Wohnkomplex mit Pool. Davor mache ich auch immer gerne meinen Sport. Ja, um den Pool müssen wir uns auch kümmern und mal sauber machen. Das ist ja nicht schwer. Mit tollem Ausblick, allerdings stört an der Tankstelle. Arschbombe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach du Scheiße! Da bin ich! Ach du Scheiße! Das macht das herrlich! Jetzt bin ich wieder trocken! Ja wirklich schön! Hier wurde ohne Töten! Ja, aber eigentlich nicht schlimm! Okay! Ist das die, die hier ein Café war? Äh Quatsch! Der Kodi ist das eine Mal! Ja, die verkauft Kekse! Aber die ist schon alt, die kommt nicht mehr so oft raus! Hier kann man übrigens super Sonnenuntergänge beobachten! Ja! Ja, das glaube ich! Voll romantisch, wenn die Tankstelle nicht da wäre! Einfach in Luft springen! Einfach in Luft springen! Die Tankstelle rein ist meine Frau! Einfach in die Luft springen! Ja, ich wünschte, sie wäre gegenüber von unserem Haus! Und nicht in meinem Blickwinkel! Wenn ich Sport mache wollte, dann denke ich nur an Donuts! Ja, verständlich! Ja! Aber kommen Sie ruhig! Ach komm! Das tue ich hier auf den Maklerinnen! Komm! Aber wir können auch mal rein! Können wir auch mal unsere Donuts zu spüren? Wir haben doch die Donuts zu spüren! Wir haben doch die Donuts zu spüren! Was sagst du das jetzt, weil du mit ihm gehst? Boah! Boah Twinkie, Mann! Was ist denn? Ja, schon wilder gepupst! Aber wir sind nicht! Dann war das Biggie! Ich schade es nicht! Ich auch nicht! Doch, riecht aber nach Kotelett! Beton! Ja, und hier werden wir! Wir haben doch noch einen besseren Ausblick, Twinkie! Ja klar! Da oben auf dem Berg! Das ist natürlich super! Ab hier muss man keinen Rasen nehmen! Genau! Das wird, glaube ich, auch ziemlich anstrengend! Ihr zahltet euch fest! Guckt euch unseren Ausblick an! Manchmal zelten Twinkie und ich hier! Lass mir das ordentlich rappeln! Ja! Ja! Das ist ausführlich! Oha, wie geil! Vorsicht! Nicht runter wollen! Ja! 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 Da fliegt das! Mit einem Flügel! Das kann ja gar nicht sein! Doch! Das ist der gewesen! Das kann ja gar nicht sein! Doch! Der hat eine Augenklappe! Wieso? Nein! Das kann nicht sein! Nein! Der ist gut! Ist dein Vogel abgehauen? Äh, ja! Ich meine ja! Ja! Abgehauen! Abgehauen! Allein! Nein! Ich habe ihn sicher nicht gegessen! Hast du bestimmt, ne? Ah! Nein! Warte mal! Vor zwei Tagen gab es Hähnchen! Aber kleine Hähnchen! Uiuiuiuiuiuiuiui! Und ich habe nichts abbekommen! Ich habe keine Hähnchen! War bestimmt noch 8 oder so, weil die sind ja klein! Stimmt, jetzt haben wir gar nicht Herrn Juri gefragt, obwohl der gerade bei Cody war! Ja! Was wollen die denn Herrn Juri fragen? Wegen dem neuen Papa-Ei! Ja! Uiuiuiui! Den hat Twinkie doch geklaut, genau wie ich Hashish von dem Ding! Aus dem Urlaub! Ach! Von der Insel drüben! Ja! Wir haben aus dem EMS einen Fisch geklaut, den haben wir Tupac getaust! Ja! Ein Fisch mit Tupac! Ja! Und der ist jetzt Du, Fisch! Ich habe Hähnchen gekriegt, weil ich den mit Burger-Fatty gefütet habe! Guck mal Hashish! Der ist 15 Kilo schwär, der kriegt nur Burger! je mehr dran ist also wenn ihr wollt könnt ihr einzigen miete pro woche sind 50 dollar können dort das parken könnt machen was ihr wollt hier nur das ist nicht anwechseln mit rasen mit dem pool sauber machen und so wird das gemeinschaftlich noch haben wir keine party gemacht da kannst du das so machen ja oder frischen luft schadet herr wenig und wenig kenne und weg schneide pinsel der schnuppert das wieder weg bevor ihr gar nichts habt könnt ihr oben wohnen ihr könnt die zwei anderen wohnungen dass ein durchbruch dann wohnen direkt im pool also bock hätte ich schon wir haben zwar ein haus im europa habe ich das vorkaufsrecht führen wenn wir das aktuell ist hier schwierig sagte die juli ja also es ist die schiffe auf dem meer und so ja guck mal hier auch der little popper ein bisschen mehr platz zum spielen genau dann haben wir sogar ein hund hier was ist ein hund ein mops der einzel popper der schönhunde hier sein weiß ich gar nicht ich glaub schon den können wir ja in pool werfen mit dem schwimmen oh gott nein ich weiß nicht ob das schwimmen kann der doch so kleine stummelfüßchen und einfach reinwerfen gucken was passiert uiuiuiui jinkis vogel konnte auch schwimmen ja den haben wir auch da reingeworfen er ist untergetaucht und dann und ich hätte endlich jemanden mit biegel wo wir vom dach in den pool springen können boah das ist voll cool das machst du ganz sicher nicht das ist gefährlich ach gubbi nee das ist gefährlich aber ich hab doch rettungsschwimmer ich will nicht dass dir irgendwas passiert dann tust du dir weh pina wir machen das heimlich nein darf ich nicht dann krieg wieder mit der peitsche du bist hirnchen du bist hirnchen du bist hirnchen du bist hirnchen also wenn ihr wollt 50 dollar in der woche können machen was ihr wollt also ist kein problem machen wir können doch autos und parken einfach ich bringe das quatt mit hoch ja das kannst du hier oben hinschneiden wo nun nicht über die wiese fallen hier auf dem berg rum das kannst du natürlich machen ne doch stimmt wir haben ja über alle berge guck mal da kann man super gucken warum fällt mir das nicht an weil der quadt hoch also ein quadt für zwei personen kostet 15.000 dollar nun boah das ist zu gefährlich und was mit dem chopper chopper was willst du mit dem chopper ja mit dir rumgurken nee das ist ja noch gefährlich ja dann lieber so einen woggel nein ich war langsam aber ich will einen chopper du wärst nicht langsamer ich kenn dich ich kenn dich gut ich will einen chopper es gibt hier keinen chopper na wohl gibt's wohl hab schon gesehen ja nicht meine arbeit nicht für uns warum nicht das diskutieren wir noch aus wahrscheinlich mit den schlägern vom tennis geht die jetzt in feierabend ja wirst du nicht mehr viel kommt kein anruf mehr ja ich hab aber auch die leitstelle nicht mehr ach so das dann wäre das vielleicht ich hab die jetzt schon aber trotzdem feierabend aber wir sind noch da bis um 0 uhr ja vielleicht holen wir noch ein paar an weil gestern war vier los extrem viel los jeden Abend bis 0 uhr machen wir wir haben gleich schon 11 uhr ja ich leg mich gleich auch da schon hin weil ich krieg langsam Hals ok und hörnchen dann bring ich das taxi weg dann ist gleich in speck bitte dann musst du runter laufen ja komm wir fahren einfach mit zum taxi wir fahren einfach mit zum taxi wir fahren einfach mit zum taxi ja mach mal ein körper und da wird kein pipi reingemacht aber ich hab schon pipi reingemacht ist er besoffen ich glaub du hast ein bisschen Kalkum hier am Schiff komm setz dich mal hin mach aber jetzt nicht den Fahrersatz nass ne Vicky mit deinem Lübchen das ist trocken du kannst da Plastiktüte drunter liegen oder sowas nee ich hab mal einen trunk bevor ach bis wir da sind ist der wieder trocken hier ist super gute Luft oben aber ich hab schon Bock vom Dach zu springen ich darf leider nicht hm du verletzt mich du verletzt mich hm du sagst ich soll netter zu dir sein und dann ist das wieder zu viel oder wie ne dann kannst du mich auch am Arsch legen ist doch kein Abschluss du bist immer so gemein ja siehste jetzt bin ich wieder gemein jetzt ist doch normal wir spielen morgen Tennis morgen früh Twinkie oh Gott da wird sich nicht gedrückt und dann woher darf ich das mal nicht auf dem Wii spielst du auch immer Tennis ja das ist aber auch was anderes da kann man teurer verkaufen hallo Chef dach dach na bist du mit Ronny unterwegs ne der ist verschlafen der ist verschlafen der muss sein Actionfigurenmenü noch abholen oh ja ich komm das will den abholen ok easy bis gleich bis gleich oh der Pins ist so ein Idiot wieso er hat vergessen sein Menü mitzunehmen mit der Actionfigur oh mein oh mein ach komm wir müssen uns nicht mehr Arbeit machen als nötig ist dann gute Nacht Twinkie ja gute Nacht bis gleich ja bis gleich mach schon mal Pop oh mein Gott mach schon mal Popcorn ja mach ich gute Nacht Twinkie oh je du Armer na ich find's geil ich fühl es hachisch ja warte du blöder Frosch guck mal wie groß der schon ist 15 Kilo wiegt der wow der braucht bald ein größeres Becken ja das haben wir keine Franzosen hier trink das und das kannst du essen irgendwann muss er in den Pool umziehen der Frosch haha ja boah der ist riesengroß er ist aber cool ja auf jeden Fall ich hoffe nur dass unser Hund auch mal wieder auftaucht ja wo ist denn er ist das ein Streuner nee aber er war ein Streuner und dann haben wir ihn adoptiert warum ist denn unser Taxi so kaputt ich weiß nicht wer wo ich gefahren hast dafür oh mein Gott das sieht ja aus okay ich geh im Feierabend ey macht es bis gleich ich ich ist tot die Dank für den vor allem im 1941sten und T.H. V.T. Highland es war ein sehr ruhiger February da komme ich auf dem Server krieg wieder nix mit hier erst mal in Diffgaff hier 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 Hallo Chad, bin ich allein? Allein, 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 allein. Die Oma, warum bist du nur wach? Die muss schlafen und bezeichnen, was ist denn hier los? Da wurde wieder Ansage gekickt. Allein, 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 allein. Ich bin immer allein. Alle lassen sie mich im Stich. Ach stimmt, Gaming-Cainer hat den gemacht, ne? Güffi gehen, güffi gehen, güffi gehen, güffi gehen. Die kenne ich noch vom Gitter, aber das ist aber sehr lange her. Oh, der hat den gelöscht. Ich bin da, was so geröst ist. Alles richtig. Allein, allein, allein. Allein, allein. Aber das kannst du dir, glaube ich, im RPA traden auf dem RAS-Server, das Auto. Ich weiß gar nicht, ob man die so findet. Und Dax, schalte du dann für den Prime-25 und küsst zurück. So, ich fahre mal nach Cody. Ich hol mal die Action-Figur ab. Ich habe kein Problem. Ihr seid nur im Dienst. Wir sind nur im Dienst, aber wir fahren jetzt auch nochmal zu Cody. Ja, dann sehen wir uns doch gleich. Ja, bis gleich. Bis gleich. Oma, du bist alt und wir haben spät. Kann man dieses schöne Auto so hässig machen. Man, ich will einen Chopper kaufen. Guck mal, nur Kölsch macht die Eule. Ich bin enttäuscht. Hallo, warum lachst du über unser Nummernschild? Ist ja wohl eine Frechheit. Ne, in Blau ist der schöner. Komm, oh mein Gott. Das war schön in Blau. Ich finde es der beste Estuary. Damals sind wir nur den Rokotto gefahren. Drecks Auto. Oh ha, geile Köl. Danke. Ja, kein Ding. Da stinkt voll einer Furz drin. Was ist denn das für ein Clown Auto? Hast du auch einen Schloss, die werden Kinder entführen? Was? Ich glaube, hier wird einer Kinder entführen. Ruseln. Habe ich noch nie gesehen, so war es. Ach du Scheiße. Geil, schnell das abholen. Ach, Pina. Ja. Wir haben jetzt auch unser Ausensmenü übergucken. Mach's dem vor. Das Becani-Menü. Hey, Yugi. Wat geht? Ich soll das abholen vom Pinsel das Menü. Chef Code hat gerufen. Ja, ja. Gib ich dir sofort. Hast du? Ist auch ein Püppchen bei? Na klar. Wie sieht's aus? Willst du morgen dabei sein, Zuschauer? Boxen. Pinsel tritt auf. Der hat mir nix davon erzählt, der auch. Ja, ich weiß nicht. Der macht, glaube ich, eine Rap-Vorlage oder so. Weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Hm, vielleicht bin ich dabei. Dann musst du dir aber jetzt... Wir haben noch reservierte Tickets, die abgelaufen sind. Danke. Wie toll sind die Tickets? 2000. Ja. Wir haben noch... Wie viele Tickets habt ihr noch frei? Lass mich kurz gucken. Ich bekomme einmal 1000 Dollar von dir. Okay. Dann kaufe ich zwei für Twinkie und mich. Einmal dann. Danke schön. Dankeschön. Lass sie schmecken. Ach nee, ist ja für Ronny. Doch, ich esse das heute. Ja, natürlich. Top. Ich hoffe, die Wette gilt. So, hier haben wir drauflegen, die Karte. Geno. Äh, Twinkie, äh, Nachname? Und du, Nachname? Twinkie Smolz und Peanut Smolz. Das ist der L ist. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, du kennst doch meinen Namen. Ich kenne nur Peanut, aber... Peanut Smolz. Smolz. Mit S am Ende? Nein, mit Zeit. Und Twinkie schreibt man wie... Wie Twinkie. Wie Twinkie, ne? Twinkie. Twinkie. Warum gibt dir eigentlich bei den Milchacks nie Strohhalmel dazu? Die liegen hier vorne. Hab ich noch nie gesehen. Musst du dir einfach nur einen nehmen. Und was ist das für ein Clownsauto vor der Tür? Das ist Slavas Auto. Wo sind die denn? Ähm, gute Frage. Ich glaub, irgendwo draußen. Nee, ich glaub, im Büro. Äh, was für ein Shake? Bauer ich im Büro? Ja. Musst du halt kurz warten, falls du mit dem reden willst. Vier Slashies waren mal ja drin, ne? Ja, genau. Dann mach zwei, zwei. Ja. Und wie viel Scheiks waren das? Nein. Dann mach ein Erntbeer und ein Bananen. Okay. Du bist immer dicker, Biggie. Ja, ich muss trainieren. 10.000 Kilokalorien am Tag. Willst du Sumo-Ringer werden? Nein, Strongman. Was? Na, Strongman. Die fressen auch den ganzen Tag. Und irgendwann ziehen die LKW. Strongman? Genau. Ich bin Ironman. Ich hab bei dem Turnier mitgemacht. Bei welchem Turnier? Bei dem Ironman-Turnier. Ach so. Hast du gewonnen? Nö, ich bin nicht meine Ziel gerade gelaufen. Ich hab nach den ersten fünf Minuten schon Schluss gemacht. Nein, kann ich mir vorstellen. Weil die ich gleich direkt auf dem Weg bei einem McDonalds war. Dann bin ich rechts abgebogen und disqualifiziert. Oh nein. Aber Makers geht immer vor. Ja. Ich bin ein Team. Chicken Nuggets. Ist Herr Nuri auch noch da? Im Büro? Wir sind beide im Büro mit Cody. Oh je, Kundschaft. Aber auch schon eine Weile. Hier ist die Hany Asanti. Was kann ich für sie tun? Rina. Ja. Hast du Lust zu boxen? Gegen dich? Na allgemein. Nein, ich kann nicht kämpfen. Schwachling. Ja, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch boxen heute? Na ja, privat. Hallo, sind Sie beim Cody im Büro? Nein, wir sind in der Box gerade. Wir gucken uns zu, wie das FAB auf die Fresse bekommen greift. Oh, darf ich da auch gucken? Klar. Okay, ich komm. Ist auf. Warte, ich mach dir. Okay, bis gleich. Vicky, ich gehe in die Box, halte. Die pugeln sich. Platz da. Nein. Keine Uhr, warten Sie. Vollkrank und durchspann. Er pugelt sich. Na, äh, F-R-B. Mit Cody. Das Unser, hallo. Der Cody hat Fritteusenfeld an den Händen. Lass mich schummeln. Und wer davon sitzt beim F-R-B? Nein, nicht Cody. Vielleicht der Undercover-Informant. Werde Cody? Die hauen ja immer daneben. Sind die besoffen? Wie steckst du denn ein? Gibt's ja gar nicht. Los, Cody, hauen wir doch für zwölf. Du weißt nicht. Mal schauen. Mein Gott. Wie er sich macht jetzt ja oft. Na klar. Er ist doch zu... Wär schon peinlich, wenn du gegen Burger-Berater verlierst, ne? Ach, komisch. So, als ausgebildeter F-R-B-Agent mit Kampf-Erfahrung verlierst du gegen Burger-Berater. So, wenn halt mal mehr Leute. Ja, Biggie. Pina, bleibst du noch eine Weile in der Boxhalle? Ja, ich guck mir das noch an, hier. Okay, wir haben Kunden und dann würden wir noch mal hinkommen. Okay, komm. Du kriegst weiter für zwölf. Ja, wir boxen uns dann. Wir kämpfen auch gleich. Okay, komm. Ja, wieso? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ich kämpfe gleich gegen den Biggie. Das will ich nicht. Schaufeln los. Ihr solltet euch mal Brillen besorgen, so oft wie ihr daneben schlägt. Äh, Peanut, wo hast du denn Twinkie gelassen? Hab ich mir auch grad gedacht. Die ist Haier machen. Oh, die Arme. Warum? Warum ist das schlimm mit Müdels? Ja, nee, aber die ist immer so richtig unterhaltsam und da kann man sich so schön unterhalten mit der. Das war meine Frau. Die hat mich gepeitscht heute. Echt, jetzt warst du unzüchtig. Ja, ditto. Was hast du denn abgestimmt? Nix, sie peitscht mich immer. Entlegen. Ach so. Einfach so, nochmal. Nö, ich hatte keinen Bock. Was sagst du? Einfach so, nochmal. Ja. Ich probier's mal. Gib auf. Langweilig. Ihr kämpft ja wie Rentner. Was heißt, wie Rentner? Ist doch echt verbietig. Ich bin ein bisschen langsamer, weißt du doch. Ach, ich würde Spalte wegkloppen. Komm, mein Jogi, wirf mich über die Gitter. Ich hau die weg. Freihändig. Also, ich glaube, so stark bin ich nicht. Ich bin wie Obelix. Ich bin in den Topf gefallen. Bei mir war nur eine Fritteuse. Und die war an. Ach, deswegen glänzt du so schön immer, ja? Ja. Scheiße. Ah, du Lutscher. Ja, das ist ein ausgebildeter Elchenkrieg von Bürgerbreit der Presse. Ich würde mich schämen. Ja. Der RTW ist gerade schwierig. Kein Winder, dass keine Zivilisten zu euch kommen. Und Hilfe fragen. Die RTW ist schwierig. Ja, die hatten gerade einen Mann. Oh, Großansatz. Oh, das ist schlecht. Jetzt haben sie nur ein RTW draußen. Und erst fährt jetzt was anderes an gerade. Aber Jogi, das ist gut. Dann habe ich jetzt genug Zeit, bis du mit dir redest. Oh, Herr Slava, was ist mit dem Gesicht passiert? Ich bin auf die Fresse gefallen. Wurden Sie von einer Biene ins Gesicht gestochen? Nein, ich bin gegen die Mauer gerannt. Machst du eine Testdokur? Du siehst aus. Ich will mal kurz den Burgerladen zumachen. Gleich wieder da. Cody sieht aus wie Luftgeber. Mein Dick dauert, ne? Ja. Großansatz und so. Ruhe dich mal aus. Ich wollte die keine Weise. Was ist denn das eigentlich für ein Logo, oder? Wenn du keine Luftpumpe bekommst, ich kann dich aufblasen. Oh, wow. Hat sie nicht gesagt. Ja, das lernt man doch in Biologie, dass man Luft braucht. Ja, genau. Ja, dann geh mal aufblasen. Aber du kannst keine Luftpumpe aufpumpen. Brauchst du Luft, Herr Agent? Herr Agent. Herr Agent, brauchst du Luft? Das ist Mobbing. Das war keine Frage auf meine Antwort, Herr Agent. Nee, brauche ich nicht. Nee, ich komme mal rüber, okay? Ja, guck mal an den. Die von 10 Minden finden doch Mobbing cool. Ein Medic wäre super. Ich bin kein Medic. Ich hatte als Kind so ein Spielzeug. Oh, nee. Oh, mein Gott. Guck mal, die ganze Tigerhose blüht sich auf. Oh, verdammt. Ich glaube, hier kann man nicht lüften. Nur, das sieht aus, als gäbe es ja keine Fenster. Das sieht falsch aus, Tanisha. Das ist dein Lose oben, ne? Das war komplex. Ich weiß nicht, ihr Erste Hilfe, Leute. Das sei jetzt nicht aus der Erste Hilfe. Hat einer eine Tapette bei? Eine was? Ich muss mich vorbereiten auf meinen Kampf. Was brauchst du? Ich habe Vitamin-Tablete oder so. Ja, kein Problem. Ich habe Ibuprofen. Ich klemm mich gleich gegen Bicke. Er hat den Kartenstoff. Herr Macken. Hutschner. Hallo, Herr Hutschner. Herr Hutscher. Warum telefoniert ihr, wenn ihr nebeneinander steht? Was? No. Kein Problem, ich helfe gern. Hi, Skully. Ach. Er kann jetzt mal eine Schubkarre holen und den einen Sack da rauskehren. Wer möchte denn auf die Fresse hauen? Ich kämpfe gleich gegen Biggie. Nee, Jenner braucht Training hier. Wer will gegen Jenner boxen? Ist das Mädchen? Ja. Dann soll der Bummtuch die hauen. So, Jenner, rein in den Ring, Training. Das ist ja natürlich ein Quickie. Das kann ich im Käfig boxen. Was wir dir beigebracht haben, so, du machst das schon. Ja, top. Komm, Übung. Einmal bitte den Ring räumen. Jenner will sich boxen. Oh, Jenner, viel Erfolg. Das kann man so gut machen. Ja, Kopf nach Kopf einziehen. Oh, Daddy. So, Jenner. Senses, kein Dankeschön für die Wissen. Der Herr Hutschner, der liegt zu einem Ring und hat verdient, aber nicht zu viele. Konzentriere dich auf den Herrn da drüben. Die Dame, da sollst du lieber rausgehen. Geh mal am besten sicher halt. Das kriegst du auch noch einab. Ja, Jenner. Und jetzt verdrück ich den Typen so. Warte mal, Frauen darf man schauen. Das wäre richtig peinlich für den, wenn er verliert. Denk immer dran, wenn er verliert, ist richtig peinlich für den. Ja, das ist sowieso peinlich. Das ist unser Team. Ich war mit dem Aragons zusammen. Ich bleib dabei, mein Tennis. Der Drachentöte. So, alle einen Schritt vom Käfig zurücktreten und auf los geht's los. Los. Du bist du der Chef hier. Go, girl. Was denn? Was ist denn jetzt los? Woop, woop, Schöner. Oh, oh. Hallo, nicht nachtreten. Wer bist du? Woop, Schöner. Woop, Schöner. Woop, Schöner. Wie ist es? Woop, Schöner. Woop, Schöner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja stimmt, wo ist Cody? Der Name von meinem Gegner macht ein bisschen Angst. E-Bus holen in der Apotheke. Ich sehe mal zufällig der Takashi von euch. Ja, soll sie gut schlafen. Okay, dann gut. Bis gleich. So, Biggie kommt gleich und kämpft gegen dich, ne? Dann hau ich ihn aus den Latschen. Ja, der ist schon gut, ne? Hau ich aus den Latschen durch den. Weil andere Gewichtsklasse. Boxen oder Simmering? Äh, wie du magst. Ich hab auch mein Nischwalt dabei. Äh, es ist nicht erlaubt. Warum kommt kein Mediziner und hilft denen? Äh, weil die bestimmt beim EMS im Kreis stehen. Weil Großeinsatz. Keinen Bock haben. Weiß ich nicht. Ja. Großeinsatz. Die anscheinend erlaubt. Uns hat keine Ausgaben. Das gibt es doch gleich. Mhm. Hallo Spool. Nee, Oma gibt's, glaube ich, nicht. Ja, aber versteht man ja auch, ne? Du, 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 du. Weil das ist deine Musik, Herr Luri. Was, nochmal? Weil das ist deine Musik. Wie meine Musik? Gerade in dem Remix. Oder war das von Herrn Slava? Ja, Herr Slava hat das gespielt, aber wir haben das gemacht. Wieso ist die zuschwert? Aber das klang ganz komisch. Das hat gekratzt. Ja, du weißt doch, wie das hier manchmal ist. Ja, das ist nicht gut. Hat wehgetan im Ohr. Herr Slava. Und jetzt redet der nicht mehr mit mir. Was? Wuhuhuhus. Oh, ich mein schön, du. Was ist los? Hast du einen Ohrring? Da. Hast du dich hübsch gemacht? Natürlich extra für dich, mein Schatz. Was ist mit deinem Bart? Du siehst anders aus als Son. Warum sehe ich anders aus? Dein Gesicht ist so... Hat einer von euch einen Schlüssel für die Tür? Vielleicht hast du einfach einen Knick in der Optik. Nee. Doch? Du siehst komisch aus. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Dein Bart ist so orange. Da fällt mir jetzt ein Winz dazu ein. Herr Slava? Na? Ich halte die Fresse. Wo ist denn da hin? Hans Slava? Ich glaube, ich kriege noch 1.000 Dollar von dir. Das Problem ist, ich kann dir nicht raus. Sonst geht mir richtig schlecht. Mir wird richtig... Du kommst nicht raus. Der kann es überhaupt nicht leiden, wenn man solche Geräusche macht. Hans Slava, bleib stehen. Ich glaube, mir wird schlecht. Wollte schon sagen, die Stimme kenne ich doch. Aua! So, das kannst du davon. Nicht, nein! Ich muss so gleich kämpfen. Aua. Aua. Mir wird schlecht. Kannst du dich aufputschen für den Kampf? Jetzt habe ich Schmerzen im Gesicht. Weiß ich nicht. Überleg dir gut, was du jetzt machst. Die Schmerzen können größer werden. Ich kann dich gleich mal verkloppen. Ich lag keine Frage. Ach so, nein. Das war was anderes. Oh, da ist ein Teddy. Und Fische-Pins. Da. Biggie. Wir müssen noch kurz verschieben. Ich habe gerade eine Tablette genommen, weil das Herrn Slava nicht gehauen hat. Was der Herr will zu kommen, oder was? Ja, komm, hab den Ring mit dir. Mach dir den Kuhn, komm. Fällst du Milchshake? M-m-m. Oder ein Slashy? Ich habe keine Rücksicht. Ich werde dich übel dolle verhauen, ne? Ja, ich dich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Aber wenn, dann richtig zuhauen. Ich habe schon zwei Kämpfe gerade gemacht und beide gewonnen. Der Biggie hier, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ja. Ja, das ist cool. Ich habe gleich eine Boxgabe. Warte, ich frage mal. Bibi! Äh, Pina, dürfen hier noch zwei Leute? Wie viele Seiten hier? Weiß ich nicht, wem das der gehört hat. Herr Nuri hat mich reingelassen. Aber da sind ganz viele drin. Ohne. Ich frage mal kurz zu Tüten. Komm, Daniel. Komm, wir gehen fragen. Wie geht der jetzt? Der ist doch wieder zu. Wo ist denn jetzt eigentlich... Peanut wollte doch. Der Gegner von Peanut. Der steht draußen. Kommt gleich. Aber Herrn Slav hat mich gerade gehauen ins Gesicht. Es tut meine Nase weh. Kann dir noch mal eine zugucken kommen? Ähm, ja. Solange es kein Kopf ist. Nein. Oh, das ist ein Kopp, ne? Er wird hier geräumt, weil über 15 Personen. Nee, nee, nee. Ich habe eine beschlossene Veranstaltung nicht. Ich habe das heute extra noch für die Weltfabie geklärt. Ja, ja gut. Dann, äh, ja. Immerher. Oha. Wobei, das ist ja auch der Hotschner. Wie, was hast du jetzt geklärt? Nee, äh, nee, stimmt gar nicht. Mit Friedhoff habe ich das geklärt. Äh, du kannst ja auch mit über 15 Leuten sein. Solange du keinen Eintritt nimmst und das nicht bewirbst, ist es keine öffentliche Veranstaltung, dass wir auch über 15 Leute haben. Ah, okay. Hallo, Bömpeli. Ja gut, wir machen das ja untereinander. War das ja eher deswegen. Ja, richtig, deswegen. Ich hatte ihn mich extra gefragt. Das ist mir ja auch bei den Vermieten halt so ein Ding, ne? Wenn dann über 15 Leute kommen. Aber er sagte, nee, wenn das, äh... Naja, musst du gucken mit dem Werbeamt und so, deswegen. Ja. Deswegen. Ist das deine Boxring hier, Chef Coley? Äh, zum Teil. Er hat dich Burger-Berater genannt. Warum ist er auch ein Burger-Berater? Das ist ja, hä, Burger-Berater ist auch keine Beleidigung. So Burger-Berater ist voll aus Kompliment. Okay. Das kommt manchmal einfach. Er ist wenigstens gut in seinem Job. Oh, wow. Ja, also wie gesagt, Schatzschneid, ne? Wenn ihr, ihr könnt die Halle mieten zum Trainieren, aber ihr könnt halt auch uns als Trainer mieten, so, ne? Also, es wäre vielleicht nötig beim FID. Glaub mir, wir haben da noch, der ist ganz gut. Ja, bring den her. Ich stehe jemanden im Ring, der dem auf die Fresse haut. Wenn derjenige von mir gewinnt, mietet ihr ein Training bei dem. Wenn ihr, äh, wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr die Halle zwei Stunden for free. Ich muss den mal anrufen. Kannst du mal boxen noch, oder? Ja, ich boxe mich gleich, aber mein Nase tut noch weh. Okay, aber mein Nase tut noch weh. Warte gleich. Ja, kein Problem. Achso, kannst du am Kendi machen? Nee, ich hab grad Schmerztablette genommen. Okay. Muss gleich aufhören, wenn die wirkt. Nicht einfach morgens. Komm, du ziehst deine Haare. Wir haben grad einen Manf. Ich hab versucht, eine Pimula herzukommen, und auf die Wand nicht meine Haare ziehen. Das ist ein Manf. Du ziehst deine Haare bestanden. Ja, erklär du, erklär du. Gar nicht. Ich kann das genau wortig aussprechen, aber es ist groß und viel. Auf jeden Fall viele Patienten im EMS. Hallo Mel, was ist Mamm? Kampf der Giganten. Ein großer Satz. Das habt ihr gerade. Okay, aber du hast Nachtschicht, oder? Okay. Meinst du, dass du trotzdem mit dem RTW noch kurz herfährst? Aber du bist gar nicht im Dienst. Okay, ich versuch's nochmal. Keine Ahnung. Mein Gott, warum dauert das so übelst lange, bis man sich haltet? Okay. Ja, fangst du dir auf die Fresse haben willst, komm rum, hör. Hab Bananen. Und Fanki, danke schön, du bist ab dem 29. Da. Da. Oh, mein Eis. Ich hab auch vergessen, dass der Eis drin ist. Mhm. Jenna hat, äh, Sonntag ihr den ersten Probefight gegen Egon. Oh, wow. Gegen Aragorn? Nee, Egon. Wer ist der Egon? Ich erinnere, dass der Ex-Freund hieß Aragorn? Mhm, der von der Alte Ringe. Ach, du Schöne. Ich bin der Aragorn, blöde Gärtner. Callum. Ei, 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 der Aragorn. Callum. Solang's nicht Callum hier ist. Ich bin ne dicke Zwerg. Wie heißt der Nummer mit B? Gimli. Nein, nicht Gimli. Der von Hobbitzen. Bombur. Bombur. Ich bin Bombur. Gimli ist cool. Gimli ist ein Arschloch. Warum? Solang keine Arschloch. Das wird nicht. Keiner mag Lego. Warte, ich frage. Willst du noch ne Schmiedze blätter? Ich hab ne Hälfte. Wird das besser denn? Bestimmt. Doppelt her. Hab ich getroffen? Ich hab noch ein. Böße. Also wir haben extra noch welche gekauft, vor mir gekommen sind. Ja, aber Peanut, du brauchst doch, hä? Bist doch eh gut, hast du doch gesagt. Ja, aber wenn meine Nase weh tut und was, wenn meine Augen anfangen zu treten und meine Nase läuft, ey. Dann hast du verkackst. Ja, wirst du? Dann schlag ich um mich und ich gehe alle. Achso. Bist du ja schon ein bisschen Topform. Hä, wohin? Der rollt über uns rüber. Ist der doof? Das ist Fettshaming. Bodyshaming. Helmut. Arschloch. Hä? Ich bin dein bester Kunde. Kompliment so bei so Sumo-Kämpfern ist der Baumfang wichtig und so. Hier, ich geb dir die Pokeflöte von Biki, dann kannst du machen, dass er schläft. Nee, dadurch wacht er doch auf. Guck mal hier, Taschentut. Kannst du ihm ins Gesicht geöffnen, dann sieht er nix. Öl, das ist ja benutzt, weil du keine Freundin hast. Da geht er weg. Naja, Jenna will ja Mitarbeiterin des Monats werden. Das wird sie bestimmt. Sie ist immer so nett wie Jenna. Wilde Biki-Beiße, du krankst, du ziehst deinen Haaren. Das erste Mal ist Amy. Das macht er nicht. Aber gestern hat er sich gut geschlagen, wo er gegen Shiki gefällt hat. Da war ich aber auch angeschlagen, oder? Ja. Aber sag das Biki nicht, sonst ist er traurig. Ich suche dir den Gegner ab. Nee. Komm, du musst auch zu mir. Mir, oder was? Nee, warte, warte, warte. Was, wo, wo ist der aber überhaupt? Der ist weggelaufen, weil mir übel war. Das ist aber auch... Aber wenn das dich so weiterzieht, kannst du mir jemanden einen Ring schicken. Ich muss mich aufwerfen. Sonst kriegst du noch einen Krampf beim Kämpfen. Genau. Peanut. Wunder, dass ich das überhaupt kann. Gelenkig, gelenkig. Ja, das riecht ein bisschen streng hier. Und jetzt lau. Ja, jo, jo. Ich denke mal, da unten liegen Burger. Ich hab mehr Liga-Schütze als du, Januar. So klingel. Voll aus dem Ring. BAM! Nee, nicht. Dann bockst du dich doch. BAM, 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 BAM! Ja, ist egal. Ich kann verlieren. Ich kann nicht so gut kämpfen. Ich hab immer mit Gegenständen zugehauen. Also das sag ich jetzt nicht, Herr Laut, oder? Was? Gegenstände. Ich werfe dich einfach aus dem Ring raus. Das will ich sehen. Easy peasy. Peanut is wrong, man. Ich hoffe, dass du meine Schläge aushältst, die auf deinen Körper eindonnern. Das hoffe ich für dich auch. In der Grundschule hat man mich den Rippenbrecher genannt. Mich hat man immer Fertzöcke genannt. Ich glaub, du bist ein Blackhammer, Bicky. Ich bin ein Blackhammer, ja. Ja, ja. Was denn? Ja, ich zeig dir, was nachher ist. Ja, ist egal. Ja, komm. Hilf mir in den Ring und wir können uns prügeln. Bist du ready? Ja. Okay, let's go. Jemand muss mir in den Ring helfen. Ähm. Ja, Hanni, wollen wir... Kann ich jemanden hochheben? Ich hab's mit dem Rücken. Ja, warte, wir helfen. Ja, wir helfen dir. Okay. Ich will nichts versprechen. Ja. Okay. Okay, auf drei, ja. Ja. Eins, zwei und drei. Auf drei. Oh mein Gott, der Zick. Aua. Jetzt geht's mir nicht mehr gut. Aua. Du hast mich geschobst, du blöde Kuh. Aua. Alles gut? Bin voll mit dem Kopf aufgeknatscht. Aua. Also, wenn du nur mal warten willst. Egal, wir kämpfen trotzdem. Wenn du gewinnst, du bist trotzdem mein Freund. Und du meinen. Okay, du sagst, dann losgehen. Okay. Let's go. Ich sehe dich verschwoben. Sag, wenn es losgeht, Biggie. Okay, kann losgehen. Okay. Nein. Komm. Bam. Der Kühler hat von rechts pushen gelernt, so. Aua. Ist er verschwommen. Bam. Ui. Auch ein Medizinmann, Frau. Bam. Und zack, noch eine. Ich bin hier hinten. Und noch eine. Und auf. Ui. Zack. Zack. Und zack. Los, Biggie, Team. Ui. Bam. Eine Presse dauer. Aua. Geld aufgetan. Aua. Geld aufgetan. Bam. Ich kann schon nicht mehr. Bam. Bam. Und von hinten. Und von hinten. Ui. Huh. Bam. Ganzes Gesicht. Aua. Oh. Ui. Bam. Das ist unfällig. Ich wieg doppelt so viel wieder. Ah. Oh. Oh. Bam. Wie wohl der mal dringt. Ah. Oh. Oh. Ah. Der liegt da. Hat's gut gekämpft. Ja. Oh. Oh. Ah. Das Scheppel. Biggie, ey. Ich kann nicht mehr. Aber gut gekämpft. Ja, krass gemacht. Oh mein Gott. Da hab ich dich verkloppt. Ja. Also. Oh, ich kann nicht mehr. Alter, voll. Ist eigentlich schon ein Arzt da. Das war der beste Kampf, den ich nie gesehen hatte. Ja. Ich hab so lange durchgehalten beide. Respekt. Easy. Ja, oft hab ich dich getroffen. Ja, leider. Boah, bestimmt drei, vier Mal. Ich hab wegetan. Oh, das hat gescheppelte. Nächstes Mal macht er das außerhalb. Das ist ein Rage-Fehler. Es sieht aus, dass ich den treffen hab. Nein. Wie liegt es sich? Ah, ganz bequem. Der Speck ist weich. Gut. Einmal dein Name. Der door wide. Du kannst mich auch Biggie nennen. Todi, du hast mir Angst gemacht. Nee, nee, warte mal. Warte mal meinen ganzen... Einmal den richtigen Namen. Letor wide. Letor? Ja. L-A-T-O-R-E. Keine Ahnung. So stimmt war gar nicht. Ich kann mal buchstabilen. Dankeschön. So. Warten wir. Dein Gegner geht schlechter als dir. So, dann kriegen wir einmal von mir ein Kühlpack. Ah, ich brauch was. Dankeschön. Was Süßes. Danke. Ja. Haben wir das auch. So rumgeschickt? Ja. Eieiei. Das hat geschippt. So. Peanut geht so gut. Nee. Au. Schmerzen. Ich hab nur Muskelkarte vergessen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht so lange. Ach so. Ich war zu kurz. So. Wo tut es Ihnen weh und wer sind Sie? Ich bin Peanut Smolz. Und mein Arsch ist gebrochen. Scheiße, echt jetzt? Mein Gesicht tut weh. Oh mein Gott, mein Gott. Ich dachte schon. Aua. Das war nochmal der Nachname. Smolz. Okay. Danke. Im Ring ist gar nicht so einfach. Ja, machen Sie jetzt ruhig mal eine Pause. Ein bisschen Zucker zu sich nehmen. Und dann sollte das eigentlich wieder mit dem Kreislauf passen. Sie haben einen schönen Rucksack. Danke. Hast du schon einen Kampf? Dann. Pina hat sie. Wer? Willst du mal kämpfen? Bende schön. Nee, ich kämpfe nicht. Ja, ich suche nur für Trainingszwecke. Wie hier so. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich habe Angst, dass da meine Möpse kaputt geht. Dann würde ich gemäßt. Komm, Pina, ich helfe dir. Das wäre cool. Meine Schönheit. Im S ist ja ein großer Hütz, habe ich ja mitbekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sprit, mir ist Pina doch nicht draufgefallen. Was glücklich ist, Jenna? Hey. Das ist doch jemand. Nein. Pina, du so. Immer Pfeilchen. Oh mein Gott, Sprit, mir kannst du dich filmen. Oh mein Gott, Sprit. Nein. Nein. Nein, Gina, schluck schon mal Schmerz zu lenden. Ja, das kann ich gar nicht. Aber nicht. Ach, egal. Pina, lass uns auf die Couch setzen. Habe ich gelegetan. Pina, ich glaube, du bist fast dafür draufgelandet. Das sieht nicht gut aus, wie die Frau da liegt. Oh mein Gott, ich glaube, du hast versucht, dich aufzufangen. Aber... Ey, das glaube ich, solltest du lassen, dass du versuchst, dass du den Pina aufhängst. Ich geh auf die Couch hin. Ja, ich komm hin. Ein schöner Trainingskampf. Oh, siehst du, wir gehen auf die Couch. Ich habe einen Pina. So ein Tisch würde ich auch haben. Ich habe dich voll verkloppt. Ja, hast du... Sei ja nicht. Du hast doch wirklich... Ich habe die Frau getötet. Hä, was? Vicky, du musst dich fragen, dass du hinsetzt. Du kommst doch nicht in Pina zu auf dem Schoß klettern. Ja, warte. Ich habe mich noch nie geprügelt. Ich mich gestern gerade nicht. Du hast es trotzdem gut gemacht, für das erste Mal so. Das hat voll geschappelt. Ich bin aber jetzt auch ein bisschen kaum. Ja, dann trink mal was. Hab ich schon. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus und suche mir die nächsten Gegner. Ja, du kannst ja dann mal gegen Chicky probieren. Oh, gegen Chicky? Nee, da verliere ich wieder. Ja, weißt du ja nicht. Ich suche mir einfach jemanden, der schon auf Fresse gekriegt hat. Oh, die hat mir Gummibärchen gegeben, wo du auch willst, scho? Oh, ja, bitte. Die neuen, die riechen ganz komisch. Die habe ich schon gar nicht probiert. Mh, die sind fruchtiger. Und da liegt der nächste, der Lutscher. Eigentlich müsste man Geld wetten, Bo. Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir kämpfen nochmal und kündigen das groß an. Und dann lasse ich dich aber gewinnen. Und ich wette, wir wetten all dein Geld auf dich. All unser Geld. Wir sind Betrüger. Das können wir machen. Und dann machen wir Hälfte, Hälfte. Aber meinst du nicht, dass das rauskommt? Weiß ich nicht. Das weiß ja keiner da, außer ihr. Ja, aber nicht, dass sie das merken. Die kennen sich ja mit Kämpfen auch. Quatsch. Sie veranstalten so. Boah, ich bin voll blöd. Eigentlich geht's. Aber ich habe nur so eine Karte von gestern. Vielleicht, danke schön für die Wiese. Ja, du hast gestern ja auch, weiß ich nicht, drei oder vier Mal. Hast du ja gestern auch mal? Nee, zwei oder drei Mal. Drei Mal habe ich gekämpft. Glaube ich. Naja, du konntest ja gestern eigentlich genug haben. Ja, das muss ich machen. Entschuldigung. Lass dir die Gummibärchen schwecken. Danke. Entschuldigung, dass ich deine Hüfte gebrochen habe. Ist kein Problem. Okay, Honey, Biggie, wir packen es. Peanut, wir packen es. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Da komm ich an, Honey. Huch. Ja, warte. Komm, mein Stress works auch für dich. Biggie, du bekommst auch noch einen. Man sieht sich. Man sieht sich, man hört sich. Schlaft gut dann auch. Ja. Dankeschön, Peanut. Schlaf gut, erhol dich. Und land bitte nicht mehr auf Spritme, weil ich glaube, ähm, das Sendstück verliert gegen den Zug. Also das ist dann Platz danach. Ja, hi. Ja, tschüsschen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich kriege bestimmt noch Muskelkater in den Arm, morgen oder so. Das kann sein. Ja. Peanut? Ja. An wen müssen wir denn die Miete mal zahlen? An Herrn Jury, aber der hat nun nichts gesagt. Wir haben auch nur die Miete gezahlt. Ha. Das finde ich gut. Ist das da oben die einzige Wohnung, da ist noch was unten voll? Unten ist nichts mehr voll. Scheiße, nur noch da. Ja, da müssen wir mit dem Billy tauschen. Ich will nicht immer so weit laufen. Ja, der kann mehr laufen. So zerbrechlich ist da immer noch nicht. Aber der geht ja nie an sein Telefon. Ja, ich habe dem extra Pralinen gekauft für zum Vatertag und der meldet sich zur Partage. Nee, das könnt ihr vergessen. Ihr müsst immer gucken, ob der bei Cody ist. Der geht nie an sein Handy. Ah. Weil den alle Leute mal nerven. Aber ich bin sein Schwiegerpräum. Ja, weil beim einen Tag hat er mich zurückgerufen. Morgens um 11 Uhr. Da war ich aber nicht da. Da war ich mal im Bett. Warte mal, geh mir jetzt von Herrn Jury. Ja, nein. Der Dings. Willi. Der Willi. Ach so. Der ist doch immer um Tour. Ach so. Ja, aber heute nicht. Und gestern war der auch nicht da. Deshalb ist der Ragenmeer auch weg. Wird sich nicht drum gekümmert. Ach, gehört ihm der? Nee, das ist unser, von Herrn Jury. Den benutzen wir mit dem Rasenstermin. Macht bestimmt Spaß, Rasenmeer. Ja, macht bestimmt Spaß. Auf wen? Da hab ich Bock drauf. Hey, wir können ja Gärtner werden. Eigentlich schon, ja. 10.000 Dollar die Stunde. Müsst du mal fragen, ob wir irgendwo Gärtnern sollen. Das ist ein Freundschaftsangebot für die. Dann sagen wir einfach. Wir sagen normalerweise nur 50.000. Boah, ich bin fix im Fertig, der kampfbar zu uns springt. Sagst lieber Twinkie nicht, sonst machst du sich Sorgen. Ja, mach das nicht. Nee, ich darf das. Ich darf nur kein Glück spielen. Ach so. Warum nicht? Weil ich süchtig bin. Oh je. Da kenne ich noch jemanden, der süchtig ist. Ich sag nur Jacob. Gar nicht. Doch, Jacob. Doch, Jacob. Jacob, der hat über 100.000 Dollar verloren. Der hat eine Glücksträhne gehabt. Der hat einmal Crash gespielt. Dann hat er alles verloren. Dann hat er alles verloren. Da geht der Kurs immer so nach oben, wie bei der Börse. Ich hab immer hier gewürfelt. Und siehst du, ich hab nie Glück. Ich hol mir nur bei der, ich hol mir nur immer die täglichen Kerzchen auf bei dem Kursi. Ich, ich wollte Kritsche ein. Wolle von dem Zettel. Was geht, du Gulaschgesicht? Was geht? Und Haki, danke für den Prime 14. 1, 2, 3 Puzzah. Hast du heute schon Kerzchen gezogen, BG? Nee, ja doch, heute schon. Ich glaub, ich hab da jetzt schon 20.000. Siehst du, du hättest gewonnen. Verdammte Hucke. Fauen wir noch nur 1.000 Dollar. Ich glaub, die Bienen versucht gerade, den Reiz zu widerstehen. Nein, ich darf nicht mehr füllen. Jetzt tu ihn doch nicht verführen, dass wir ihn nicht sind. Ich bekomm Ärger von meinen Frau. Und ich glaub nicht, dass du schuld an der Ehekrise sein willst, BG. Nee, will ich nicht. Hast du so viel Geld verzockt? Mhm. 75.000 Dollar. Was? Wie geht das denn? Und letztes Mal Nummer 140.000 bei dem Autor in. Und davor 10.000. Uiuiui. An Wien hast du 75.000 verloren? An Bishop vom Casino. Beim Würfeln. Das war bestimmt... Der hat bestimmt eine Zinkenwürfel gehabt. Ja, bestimmt. Der ist so ein Betrüger. Letztes Mal haben die so ein Dings gemacht, da mussten wir ein Auto suchen und Schlüsse kaufen. Wenn der Schlüssel gepasst hat, gehört das Auto dir. Ach, hier bei dem Straßenfest mit dem Schlagen, ne? Und Pinsel und ich haben das Auto gefunden. Zuerst, als allererstes. Aber ihr hattet die Schlüssel nicht. Wir hatten keinen Schlüssel, aber wir haben dann Schlüssel gekauft. Und weißt du, wie am Ende das Auto gewonnen hat? Adela. Ja, genau. Die Freundin von Bishop. Vom Veranstalter. Ja, ja. Das war bestimmt Betrügerei. Komisch, Komisch. Aus mich reiten? Opa Willi ruft an. Opa Willi. Sag, Bina. Na, alles klar. Du bist da betrunken. Hör ich doch sofort. Ich bin nicht betrunken. Ich hab nur vielleicht ein Schneppekes getrunken. Biggie und Honey sind bei uns hingezogen. Hi, Hermann. Ach, echt? Ja. Haben wir denn noch Platz? Ja. Klar, oben. Ach so. Und der Ratenmeer ist weg. Ja, ja, ich weiß. Der Ali wieder. Ich hol den wieder nachher. Wann ist denn oben? Sind die im Strandhaus oder was? Ach, im Strandhaus. Im Poolhaus. Aber die wollen fragen, ob du wechseln willst. Nein, machst du nicht. Mach ich nicht. Wie wechseln? Ja, weil die sind doch auch ein Pärchen. Ob die unten wohnen können. Ach, und ich geh in das Poolhaus? Ja. Ja. Ja, komm, komm. Ja. Ja, können wir machen. Ist kein Problem. Aber du brauchst zu viel. Also kannst du noch drei Stunden einplanen. Ja, dann mach ich das gleich. Wo bist du denn? In der Boxhalle. Ich hab geprügelt gegen Biggie und hab gewonnen. Ah, Quatsch. Das ist der Dicke. Mir hau, der Pojone. Ja, dann komm ich mal zur Boxhalle, ne? Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Der Willi würde mit euch Wohnungen tauschen. Würde, ja? Mhm. Oh, cool. Äh, du kannst, warte, ich frag mal Pina. Pina, kann man sich hier irgendwo ein LKW mieten? Ich hab auf U-Life oder Connect gelesen, dass man sich irgendwo LKWs mieten kann. Musst du mal bei der App gucken, bei U-Life. Hat er die überhaupt? Nein, ich guck. Pina, warte. Ja, Pina, guck grad für dich. Warte. Ich mein, ich hab da vorhin was gelesen. Aber kostet bestimmt ein Schweinegeld. Der eine, der hat doch mal gesagt, wo wir mal getroffen haben, hat doch gesagt, was wird zahlt, aber ich weiß nicht. Und der fragt doch einfach, wo Opa will die denn auch ein LKW? Wir haben einen kleinen eigenen. Den haben wir aber schon ewig nicht mehr gebraucht. Musste man bei Circlecast fragen. Vermiete uns dann doch einfach. Wir haben doch auch einen, der kann doch ganz so... Wir können mit Geld versehen. Ja, oder du willst, wenn du willst, vermiete ich dir auch mal ein. Da hier, SP Rent, LKW. 5, 5, 5. Ich hab einen Rammel. Das sind 65.000 Kofferung. Warte, ich schreib auf. Warte, ich schreib auf. 3,5. 3,5. Ja. Hast du? Ja. 6, 5, 5. 6, 5, 5. Ja. 9, 3, 0, 5. 9, 3, 0, 5. Ja, hab ich. Okay. Okay. Geistig abgespeichert. Ich hab' auf jeden Fall einen drin. Der Typ. Pass auf, wir holen uns jetzt die Preise ein von dem, wo die vermieten und dann machen wir einfach 5.000 Dollar weniger und vermieten uns denselben. Ja, aber ihr braucht erst mal LKW, LKWs dafür. Ich hab' ja einen LKW. Ihr will nur eins. Ja, er will ja auch nur einen mieten. Reicht doch. Der soll dann aber auch wieder voll tanken. Aber wenn, dann muss ich doch erstmal mein Werkzeug da rausfragen. Ich hab' da nämlich nur Werkzeug drin und so. Ja, das können wir ja ins Lager gucken. Ja. Hat Finke sich eigentlich gefreut? Kann mir da auch noch Opa begehalten? Ja, hat Finke sich gefreut über die Arielle? Arielle? Ja, die Actionpüppchen ist doch dieses, äh, Ariel, die Meerjungfrau in dem Oberkleidchen. Mhm. Oh, weiß ich nicht. Ich hab' aber noch zwei Stück bei. Die muss ich gleich wegschließen. Komm' mal raus. Hast du mein Nova da schon gesehen? Nee, was ist das? Ich hab' den Tornado Custom komplett aufgebaut jetzt. Pass auf, ich zeig' mir. Und extra große Hydraulik einbauen, damit er mein Gewicht kriegt. Okay. Quatsch. Boah. Das ist er. Boah, ist der hässlich. Der ist geil. Boah. Das ist ein Schmuck, stimmt's. Aber warte, trägt mein Gesicht, siehst du? Kannst du? Boah. Boah. Ich mach' den Menschen. Boah. Da ist doch Opa Willy. Der ist geil. Ja. Kann ich schon mal einen Kofferraum machen. Das sind ja Bomben. Nein. Warum hast du Bomben im Kofferraum? Bist du bescheuert? Das ist die Hydraulikun. Das sind Bomben. Nein. Das sind die Hydraulikun. Ach, gewollt. Die machen nix. Naja, aber es ist das Auto dann kaputt. Ach, gewollt. Und wie toll war das? Ich hab' 105.000 gezahlt. Ich hab' das Auto hab' ich geschenkt gekriegt. Und hab' dann umbauen lassen bei West Coast. Hätte nur 190 zahlen müssen. Aber dadurch, wegen Taxi und so, bezahlt's ja weniger. War aber trotzdem teuer genug. Ich muss aber nochmal hin. Die haben mir vorne die falschen Leisten eingebaut. Ja, da sind diese komischen Vögel drauf. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da vorne, die Zielleiste beim Auto drin. Ach so. Das hier, ne? Aber sie traugelos. Nein, da bist du sogar zwackigkopf. Ja, ja. Das hab ich sechs genommen. Hallo. Na, mein Kind. Hallo, schüttel Papa. Ich hab noch was für dich. Ja? Ich muss meckern mit dir. Warte mal, warte mal, was hab ich's denn? Drogen? Hi, Peanut, wird Löw. Was geht ab, Opa, du Belsowski? Ich bin ja Belsowski. Du warst nicht da. Hab ich's richtig gegeben? Oh, ne Praline. Ja, das lecker ist hier mit Alkohol. Na klar. Ja, weil Vatertag war, hab ich dir was besprochen. Oh, dankeschön. Das ist ja nett. Und Umarmung kriegst du nach oben drauf. Ja, warte. So, ich fang mal hier an, ne? Ja, komm her. So. Mach mal hier im Kreis einmal. So. Ach, liebe, ich liebe diesen Körperkontakt. Komm her, Chris, ohne eine Drückechen. Komm her. Oh. Peanut? Wir gehen und haben die Bohnen jetzt bei uns, ne? Ja, gut, gut. Ähm, ach so, wollt ihr, wollt ihr unten links wohnen oder was? Dann hier eh schon. Ja, dann muss ich nicht immer nach oben laufen, das ist so weit. Ja, ja. Außerdem ist das ein Pärchen. Ja, ja, aber wieso? Dann haben die doch im Poolhaus, wenn die mal laut schreien, ist doch besser, wenn die da oben sind, dann hört die keiner. Na, be gut, ich wollte nur gegenseitig gehen die Wand kommen, wenn wir fertig sind, mit unserem sexy Time. Was für Tüffel hab ich da gerade gesagt? Ich weiß es auch nicht. Sollen wir mal da reingehen? Ich weiß nicht, ob wir kämpfen, wenn wir kommen. Da vorne ist Herr Juri, unser Vermieter. Ja. Was geht ab dem Weg? Schaltest müde. Guten Abend zusammen. Hallo, wie lieb. Lieb ihr Abend. Tag, Juri. Alles mit? Ja, uns selbst. Ja, wie man das nimmt kann, ne? Ja, bist du morgen auch da? Ich hab ja ein VIP-Ticket. Oh, da sind wir Juri. Ich bin morgen auch da. VIP für was? Bist du auch da? VIP heißt so, kriegst du umsonnt sein auf die 12 oder was? Ja, dann schlatscht. Ich krieg dir jemanden in die Hose gemacht. Da, ich. Geil. Da wird ja ganz übel. Ich geh in Deckung. Oder hast du nicht, Juri? Ach, Mensch, Slava? Ja. Ach, ich hab die Schirne, der kommt. Ja, ja. Das siehst du. Willi, wir brauchen nur unbedingt den Rasen mehr. Ja, komm, soll man den gleich holen? Dann fahr ich den. Ist doch egal, aber da haben wir Spaß unterwegs. Ich bin K.O. Ich hab den Biggi gerade weggehauen. Ach so. Das war knapp. Dann hast du auch bestimmt danach wieder da gelagert. Hast du gesagt, Biggi, Biggi, Biggi. Can't you see? Ich hab rumgeschrien und dann hab ich fast Herzinfarkt. Ja, das ist nicht zu. Ja, wenn ich gut bin, ich kein FIB-Agent und verliere meine Kämpfe. Ey, ey, das war ein Kampf. Ja, das ist unfair jetzt. Gestern Abend hab ich sie fast alle gehabt. Ich glaube, du musst noch mal so eine Nachschulung machen, ne? Ja, nein, nein. Also mein Tennisplatz und das da hinten, das ist ein Unterschiede, ja? Ja, das ist hier schwieriger. Du bist beim FIB? Gut erkannt. Warte mal, da hab ich noch letztens. Oh, ich war fast verliebt. Kennst du den Jason Hunt? Ja, na klar. Ey, ich glaube, ich hab kölsches Lied gut gesungen und dann stand er auf einmal, dann hat mitgesungen, der Junke, das ist kölle. Das könnte sein, ja. Ja, ich hab direkt, der war zwar im Einsatz, der hat die MP am Anschlag gehabt, aber Nummern tauschen konnte man noch. Ja, das ist cool. Der sagst ihm liebe Grüße vom Willi, sagst du, er kriegt demnächst eine Kiste Ramsdorfer-Kölsch von mir. Ja, ich grüße ihn, wenn er am Sonntag wieder da ist. Oh, schön, schön, der rufe ich direkt an. Der kriegt der Blutwurst und Ramsdorfer-Kölsch, der freut sich. Du, immer mit deinem Kölle-Kölle, ne? Ja, ja, ey, ey, das ist gut, ja. Du, Alter, Popi, Radu. Nix geht drüber. Was? Ja, hast du gehört? Ja, aber Willi, du hast mir doch letztes Mal gesagt, dass du den Fußballverein wechselst und irgendwie nach Schalka 04 oder so gehst. Willst du mal umfallen in deinem Ring, Freund? Ich? Bevor ich... Im Ring mache ich dich zu meiner Bitch. Wartest du, wenn ich deine Bitch sein will? Ich muss nach Hause. Nene, komm, wir gehen uns küssen da drin jetzt, was? Mir geht's nicht so gut. Ach komm, stell ich dir zu an. Was ist denn jetzt mit, da muss ich den Bagger und den Rasenmäher alleine holen, oder was? Da bin ich ja drei Stunden unterwegs. Warte, ich muss mal kurz zum Jiggy rein, wegen Morgan und dann... Boah, ich hab ein super Outfit mir geholt, ne? Wie ich bin morgen? Wegen... Wegen morgen. Tomorrow. Morgen? Ja. Rollt das eher nicht so. Warum? Ja, das ist... Ich muss mal zum Jiggy, ne? Alles fertig, ja. Barsch, auf meine Nase. Läuft die schon wieder? Ja. Ja, komm. Soll ich deine Nase putzen? Boah, soll ich dich wickeln, alter Mann? Ich krieg's ein Robe, verpasst du nicht so genau in Brennen. Ich werd' nicht gleich, äh... Ey, Cody, was geht? Na, Billy, was geht? Ja, äh, hast du schon ein paar Sachen für mich wegen morgen? Hast du wieder sowas vorbereitet, oder...? Äh, Jiggy hat das. Okay, super. Ja, dann geh ich mal rein, ne? Ja, ja, ich komm mit. Okay. Krankenfragen bescheid, dass der reinkommen soll, wenn einer kommt. Ja, okay, ich hab auch... Danke. Bigi hat gewissen. Nee, stimmt so hart. War das selbe. Und dann hat der mich zärtlich über meinen Po gestreichelt. Geil. Weil das zu Boden gegangen ist. Das schon eher. Und Ferkel, du. Dir hat's doch auch gefallen. Oh, da kommt MS. Oha, jetzt haben sie doch Zeit. Frech. Ich hab auch Schmerzen. Ich hab so dolle Schmerzen. Hallo. Hallo. Was denn passiert? Gerade war schon eine Polizei-Mediziner da. Der wollte mir helfen, aber ich glaub, der konnte meinen Kopf nicht verbinden. R2-Status hier. Und da drinne sind welche, die sind gut. Ich bräuchte ein Kühl-Effekt für meinen Kopf. Ja, bekommst du. Und ein Verband, damit ich das dran machen kann. So, dann einmal hier das Kühl-Effekt. Und dann kommt's auch natürlich in den Verband. Bitteschön. Ja. Machst du das drum? Machst du mich zu Rambo? Mach ich. Mach ich so. Bitte schön. Danke. Bitteschön. Komm, ich bring dich rein zu den anderen Idioten. Ja, wir kommen mit. Die verprügeln sich dann nämlich immer. Ja, okay. Wen lang haben sie denn zu ein? Äh, okay. Link durch auf. Link durch auf. Herzlich willkommen im Boxclub. Oha. Da vorne ist eine Baby-Grafo. Nice. Und hier sind Fische und ein Teddy im Akkord. Da sind Winnie-Heier drin. Ja, ich muss grad was hier klären wegen dem Event. Ich guck mal, dann ruf ich dich sonst nochmal an. Dann, äh, hol ich mir die Einladung ab. Ich hätt ja schon begonnen, zwei Runden. So, äh. Willst du nochmal zu Boden gehen? Ja, einer zu Boden gehen, hör ich gerade. Nee, gegen einen, der verletzt ist. Dein Hoden geht zu Boden. Ist das Mila? Du hast jetzt nur Angst. Äh, ne, ne, das ist die andere Mila. Das ist die Mila und die Toastie. Aber wir kämpfen heute nicht. Also hast du ja Blut zusammen? Weil ich will jetzt Sieger schlafen gehen. Ihr müsst euch lieb haben. Wir sind doch Freunde. Naja. Er wollte mich knutschen beim Hauen. Ey, das war einseitig. Äh, einseitig meine ich. Ah, ja, okay. Aber ich geh jetzt nach Hause schlafen. Okay, alles klar, mach mal. Mach das, Pinan. Gute Nacht. Aua. Das ist gut. Aber du weißt ja, wenn der Pfarrer sagt, er geht's ja echt schlafen, Pinan. Ah, ich bin müde. Also nix mit Bagger? Dann nimm nur den Rasenmäher und ich mach den Bagger morgen. Dann gib mir einen Schlüssel von ihm. Ich kann das auch beides machen. Ja, aber dann bist du drei Stunden weg. Ja, das ist egal. Ich hab ja sonst nichts vor. Okay, wie du möchtest. Okay, oder? Warte mal, Pina. Warte mal, Mila. Äh, ich hab doch zwei. Hat sie mir nicht beide Schlüssel gegeben? Ja. Musst du mal fragen, ob doch jemand... Aber willst du beide Dinger da hochstellen? Ja, komm. Den Rasen. Ja. Äh, gar nicht. Ach, ich mach das beides. Ich mach das schon, Pina. Verlass dich auf mich. Gute Nacht. Danke, gute Nacht. So, Mila, ich bin wieder da. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tom. Rein mit dir. Dann haben wir ja morgen auch was zu tun. Immer wieder beim Kloppereien gucken. Vielleicht wird's nicht... Ach, morgen ist das Hauptevent sogar, ne? Ist das Henry? Ich geschlafen, tschüss. Das tut's. Ich geh nach Heimbe. Gott, ich dachte schon, was wolltest du mir schauen? Und pass auf, da sind schwarze Jügelöse unterwegs. In der Kürze. Oh. Bierstück. Oh, da muss ich kurz aufpumpen. Bin auf dem Weg. Hallo? Ich pumpe auf. Hallo, hallo. Oh mein Gott. Ja, doch. Ist jetzt hier nur noch ein bisschen rumchillen. War doch schön heute. War super lustig. Du bist ein Mädchen, ne? Ja, ich glaub schon. Ich hab Angst gehabt, damit zu ein Mädchen zu gehen. Heute kann ich da. Ja, cool. Ich hol's auf dich. Tschüss. Hau rein. Schöne Geißen, aber vom Schlafen gar kein Bug. Okay. Oh, guck mal zu, wie die sich wieder aufs Maul hauen. Ist doch tschuldig. Ich liebe dieses Foto. Außerdem seid ihr eh schon alle mude. So, schon wieder zwölf Uhr. Oh mein Gott. Ja, ihr sagt immer, nee, nee. Sandmann, lieber Sandmann. MioW-Sucht klingt nur, boah, Bruder. Ich hab so viel Angst vor TBC, ne? Der Jammer hat mir gestern gesagt, die spielen. Jack zockt. Bademeister, so Leon zockt. Ich darf das nicht spielen, Alter. Ich weiß genau, dass die Sucht dann so reinkicken wird, dass ich sag, yo, kein Bock mehr auf RP. Und das will ich euch nicht antun, W.O.W. zu streamen, Alter. Ehrlich nicht. Ja, J.B., guck mal, Tacho. Das will ich euch echt nicht antun. Nee, 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 W.O.W. kann. Ich finde, W.O.W. kann man nicht streamen. Da passiert einfach nichts. Und die Leute, die das Spiel nicht kennen können, damit auch nichts anfangen. Und meistens haben die auch kein Interesse, damit irgendwas anfangen zu können, wollen, tun. Ist ja auch echt schwer zu verstehen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. So, und im Kreis stehen geht auch klar. Ob ich das Hotel hier eigentlich bespiele? Ein paar Leute wohnen hier. Ich finde, das ist das krasseste Hotel, weil das gibt, den geht ja auch. Morgen wieder Peanut und dann Sonntag bestimmt auch. Montag gucken wir mal. Irgendwann bringen wir den Kürteste mit rein. Dann könnte er dann richtig pennen. Ach, hier wohnst du? Warte, wenn ich dich hier im EP sehe, verklopfe ich dich wie dem Biggie gerade. Ja, Pinot? Ja, Biggie, machst du das mit Opa Willi dann mit dem Umzug und so, ne? Das mache ich mit Willi klar, ja? Gar kein Problem. Hattest du gerade einen Crack in der Stimme? Ja, ein bisschen. Ich habe gerade nochmal eine Schnauze gekriegt. Und wenn nichts mehr frei ist am Parkplatz, ihr könnt auch voll der Haustür so parken in dem Kreis. Ja, gar kein Ding. Wir kriegen das schnell. Alles klar, bis morgen. Dann bitte nach, tot. Ciao, guten Abend. Ich hatte vor dem Crack in der Stimme, Alter. Haschisch! Ja. Ich war arbeiten heute. Ich habe noch was zu essen für dich. Scheiße, ich habe die Sachen nicht weggeräumt. Ich hatte nur noch ein paar Gummibärchen und teile dir ein. Und einen Chokoscheck gebe ich dir rein. Bis morgen. Gute Nacht, Haschisch. Satz gut an Biggie, finde ich so. Er spielt so diesen Custom-Character und er ist nur aufdringlich so. Er schiebt seinen eigenen Film. Ja, ich habe Biggie mehr Picken gelernt. Seid mal lieber Seid mal. Trink ich, komm nach Hause. Jau. Was geht ab? Ah, wer ist denn da? Lass mich raten, Dexas ist online. Mann, der Kevin. Ich weiß, was ich mache heute. Ich kick mal beim Kevin Kickerstein. Der ist auch im Unity-Team. Der ist der superliebste Typ, den ich in meinem Leben hier kennengelernt habe. Alter, der freut sich bestimmt. Der baut immer so Computer zusammen, weil der macht gerade auch IP. Ansonsten ist Tai noch da und Dexas immer bis 5 Uhr morgens. Keine Ahnung, wie die das machen, Alter. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht und danke schön für den Support und bis nachher. Ab 19. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Ich hatte viel Spaß. War lustig. Dankeschön. Tschüss, bis morgen, bis nachher. Gute Nacht. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. Und seit Lied zum Kevin Kickers. Bye-bye, bye-bye. Und schönes Wochenende natürlich. Todelü. Und seit Lied zum Kevin Kickers. Vielen Dank.